okay hallo wieder da bb du warst du warst irgendwie komisch dann warst du noch bei 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 discord drin und trotzdem back er bei mitten du auch ich auch dann warst du ganz weg was da los ist auch nicht hatte ich hatte ich wieder ein ich stehe auch noch an der brücke da wo ich verloren habe ja ich bin du bist erst bei discord rausgeflogen dann bin ich bei mir will deines die rausgeflogen und dann stream ist ja auch weg also scheinbar ist es nicht nur bei mir okay ja ich habe eben ganz kurz tatsächlich auch also ich muss mal gucken ob der stream da aber ich habe nichts aus der obs läuft noch also bei mir bist du weg bei dir bin ich weg jetzt bist du wieder da okay das ist ja komisch das ist ganz ganz merkwürdig weil bei mir war es erst so also ich habe dich noch gesehen im discord und dann wollte ich auf discord gehen und gucken und dann hatte discord laden probleme und dann war bei obs kurz weg ganz 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 komisch okay aber jetzt jetzt sind wir glaube ich wieder da ja jetzt bist du wieder da jetzt bin ich wieder da okay gut ganz ganz merkwürdig keine ahnung aber dann aber mit evil dynasty läuft ja noch ist ja komisch sondern da rausgeflogen bis jemand sonst hätte ich ja sagen können ja so erst erst bist du bei discord rausgeflogen dann vielleicht tatsächlich ein internet problem deswegen bist du wahrscheinlich dann rausgeflogen bei medieval dynasty weil dann ist es lokal hat es noch funktioniert und du bist ja vielleicht deswegen rausgeflogen habe ich die wieder eingeladen ist jetzt nicht bis jetzt nicht hat aber das habe ich es hat nicht palim palim gemacht da haben wir ein disconnect immer noch nicht nein ich habe aber jetzt mehrfach drauf gedrückt oder kannst du mir so vielleicht beitreten angekommen wenn du mir den code schickst ich versuche ihn mal so zu kopieren kann sein dass er nicht funktioniert dann müssen wir es leider mal anders machen das geht nicht dann muss ich mir ganz kurz einmal um moment ganz kurz eben so machen dann kann ich mir den code anzeigen lassen und dann kann ich nicht per hand schriftlich geben so alles mit groß und klein schreibung so versuch mal weil ich dich so nicht einladen kann das wollte er jetzt nicht jetzt auch noch mal von hand vor sich selber ja code ist aber richtig sitzungen nicht gefunden ok vielleicht mal einmal komplett raus und wieder rein war die speichern mal eben ab dann einmal ins hauptmenü ja und dann lade ich nochmal rein mal gucken ob ich jetzt gleich neben meinem pferd stehe jetzt sagt er mir verbindung verloren ok was ist bei steam ich gucke mal eben bei steam gucke mal eben rein ist gott sagt dass du noch medieval dynasty spielst ja sagt er noch ist noch nicht raus ich bin noch nicht raus also ich bin ja noch spiel drin ich habe bin nur nicht also ich habe habe die sitzung beendet aber ich bin noch im hauptmenü drin das wollte ich sagen so jetzt lade ich noch mal wieder rein koop spiel starten ok gut und dann versuchen wir es gleich noch mal weil vielleicht musste er erst wieder das wahrnehmen oder sowas keine ahnung wie auch immer der chat hier im fans da hängt auch zuletzt hat beo genau wahrscheinlich ein kurzer disconnect geschrieben ja aber hier steht sewo bei bis nachher bei dir ja also in deinem in deinem stream fenster ach so ja 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 da da meinst du ja ok ok ich bin ganz normal drin ja das ist keine ahnung dann liegt es kann dann sind ob es hatte wie ein update und ich war so doof wahrscheinlich das ist ja nun ok warte bevor ich das jetzt mache versuche ich noch mal dich einzuladen jetzt kommt das ah gut dann kann ich auch umschalten hoch aber witzig weiter mal ich sehe das auch aber ich sehe auch jetzt gerade ich habe das zu klein sewo ok bis nachher dann habe ich einmal noch mal ich habe zweimal weo und einmal von mir noch mal die meldung dass ich jetzt live bin in meinem chat mhm aber da scheint was zu fehlen ja mhm genau was ist denn das keine ahnung rati heisch dass du da bist also hier nur ein kleiner disconnect von ca 5 sekunden jetzt alles wieder gut ok ja und das ist das was ich manchmal habe ich deswegen ich was denn dein pferd ist tot was nein und mein pferd sehe ich nicht was nein ich sitze auf meinem pferd was aber das liegt hier also bei da sind wir doch irgendwo in unterschiedlichen dimensionen also hier warte ich komme dir mal entgegen geritten mit meinem pferd das ist nicht tot weil die hier steht hengst männchen schaut aus wie dein pferd und ich könnte es häuten und mein pferd sehe ich gar nicht mehr mach doch dein pferd läuft gerade ohne weiter hier lang echt ja und hier liegt ein inszeniertes dein pferd kommt mir gerade entgegen oh mein gott was ist mit querkus passiert dass das pferd mir so entgegen warte mal was ach nee es hat einen sattel drauf ok alles in ordnung ok dann das pferd hier hat keinen sattel na gut dann häute ich das einfach mal bist du sicher dass es mein pferd ist also es schaut aus wie dein pferd ja vielleicht ist es auch ein anderes pferd was 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 weil ich habe ja auch jetzt gerade wieder einen unfall also aber sonst laufen doch hier keine pferde rum oder nein aber die sind manchmal liegen tote pferde tatsächlich da rum macht sich fleisch ja mach doch voller ich sammle mal eben mit plaschen ein dein pferd läuft hier immer noch ganz traurig lang bei mir ja das kann ich auch nicht ändern aber ach du kannst es immer noch nicht rufen ne nee warte aber ich kann es warte ich kann es mal eben stoppen wenn ich jetzt drauf steigen kann dann steht es wenigstens bei mir ja ich kann drauf steigen so ich lass es mal bei mir hier stehen dann ist es wenigstens ein bisschen dichter dran als alles andere ich komm grad angelaufen ja dann haut es nämlich nicht mehr ab so sammle ich nochmal eben ja das ist leer also das sah echt exakt so aus wie das hier jetzt rennt mein pferd aber nach hause hey bleibst du mal stehen aber das ist ja gut zu wissen dass die pferde auch von alleine nach hause laufen ne das ist gar nicht mal so schlecht okay das ist komisch mit dem disconnect also wie gesagt als wenn bei mir kurzfristig ich habe sowieso eine schlechte bid rate aber das hat bei mir nichts zu sagen weil du als affiliate sowieso ganz hinten anstehst ne was so die betraten am planken also was dann müsste ich zehnmal wieder versuchen den stream na zu beenden neustarten beenden neustarten bis ich eine vernünftige betrate habe zur übertragung ich hoffe das pendelt sich dann wieder ein bisschen ein das fährt so ich bin frei ja ich glaube auch warte mal reiten wir richtig drüben ist unser fels doch wir reiten richtig wollen wir dann eben noch mal weiter jagen oder ich weiß gar nicht wie kannst du mal er sich bin schon überladen ja viel habe ich auch nicht mehr so ich glaube wir sollten erst abladen okay dann nach hause und abladen genau ich habe auch glaube ich jetzt allein schon von den drei wie sind da habe ich dann schon 180 fleisch und 90 leder und also das ist schon mal wieder ein bisschen was vielleicht können wir es auch gleich wieder ein bisschen durchgaren damit die wir was zu essen haben ich gucke nochmal eben nach dem wasser dass sie genügend wassereimer haben das bringen wir zuerst ins lager und dann gucke ich mir den marktstand mal an weil ich konnte in der normalen verwaltung konnte ich nichts einstellen witzigerweise aber ich finde das schön wie die hier an den feuern sitzen und einfach ins feuer stehen sie unterhalten kalt nüße warm an den feuern ja ja deshalb sitzen sie an den feuern weil es kalt ist ach so so was habe ich noch noch irgendwas eingesammelt sechs reisenpfeiler habe ich kupferbolzen die könnte man theoretisch kaufen 41 kupferbolzen eingesammelt die knüppel auch gleich ja dann könnte der nächsten tag verkaufen das ist egal so warte hü was hast du noch in der tasche das 90 leder und das fleisch sehr gut haben wir erstmal wieder ein bisschen was sogar noch ein bisschen platt die halten sich alle den kopf und unterhalten sich nicht irgendwie mögen die sich glaube ich nicht so apples habe ich auch wieder eingesammelt Fleisch 210 Käse wieder eingesammelt da habe ich ehrlich nach den meter jetzt rein normalerweise normalerweise haben dürfen also habe ich den ja verboten den med zwiebeln habe ich wieder gefunden ok so noch irgendwas ich wollte gucken wegen Wassereimern dass ich wieder ein paar Eimer vollfülle richtig damit die genügend zu trinken haben 143 leere Eimer haben wir nämlich schon wieder ich mache erstmal die hier voll und trinken ganz gut weg und das da draußen schon wieder ist da draußen schon wieder ich habe jetzt gar nicht geguckt ob wir noch irgendwelche Quests haben verdammt aber ich glaube nicht ich glaube aber Gewinnung wie viel Eimer mit Wasser haben wir noch ja ist noch genug da also was wahrscheinlich knapper sein wird ist das Brennholz ne wie viel haben wir davon gar nichts mehr ok dann lieber Brennholz machen aber wir müssten doch eigentlich Holzstämme ja zwar 12 ok 24 Holzstämme daraus mache ich jetzt Brennholz weil wenn die anfangen zu frieren werden sie wieder unzufrieden was ich verstehen kann weil so so bequem ist das alles hier nicht so machen wir jetzt erstmal ordentlich Brennholz aha hm hier zu leben ist sicher besser als auf der Straße aber nicht viel besser sagt er warum sind die unzufrieden die sind unzufrieden ich habe jetzt es ist also nicht ein Einzel eine Einzelware sondern eine wahren Gruppe ich habe jetzt Kleidung zugeordnet wie hast du das gemacht? guck dann doch mal eben auf C gedrückt ach unten ja weil direkt über die Funktion ging das nämlich nicht eben äh ich kann es auch saisonal machen aber er sagt aber immer noch keine Zuweisungen wobei wenn ich auf Zuweisungen verwalten gehe dann lande ich wieder bei den bei den Bewohnern da ist ja jemand zugewiesen also irgendwie ist das alles noch komisch aber Marktstände gibt es ja schon länger im Spiel das wäre ja ein Ding man das jetzt irgendwie ja gut aber vielleicht haben sie irgendwo was kaputt gemacht dumm hm was ist eigentlich Moment so jetzt haben wir erstmal ordentlich Brennholz da ist das ordentlich das verheizen die wahrscheinlich ganz schnell weg 96 sind jetzt hier drin wir können am nächsten Tag mal gucken aber ich gehe mal davon aus dass sie das so wieder mal wieder wegreizen ähm so jetzt sind wir erstmal satt dann trinken wir nochmal eben da hängen klamotten immerhin etwas ja in klamotten stand kann man denn könnte man dann theoretisch mehrere bauen stimmt oder mehrere klamotten stände mehrere stände und die dann unterschiedlichen da gehe ich ganz stark von aus also ich denke du kannst einen richtigen kleinen markt machen mhm aber jetzt was verkauft der denn jetzt alles was wir an klamotten im im lager haben ich mal gucken vielleicht kommt da ja dann meine ich guck mal eben ich bin mal eben im Zuweisungsgedöns wir haben ja am meisten Hosen mit Manschetten und da kannst du auch nochmal die würde ich ganz gerne verkaufen 240 den Rest da haben wir ja nicht genügend von man kann leider nicht sehen wie viel man wie viel man hat na das ist das doofe schön wäre es wenn ihr zeigen würden wie viel wir im Lager haben mhm also ich mache jetzt mal Hose mit Manschetten weil ich glaube sonst verkaufen die alles ab an Klamotten was wir haben das kann gut sein ja wobei das im Materiallager egal ist weil im Materiallager ähm ja doch da müssten wir unsere Sachen jeweils immer in unsere Truhen packen das wäre das einfachste ne also ich habe meine Winter- und Sommersachen sowieso drin ja ich auch also ich habe von mir ist nichts in der Lager also könnte theoretisch kann ich auf alles gehen ne eigentlich schon ja was da drin ist weil auch da wieder was wir brauchen machen wir halt und nehmen es uns und alles was wir sonst haben und dann gehe ich mal auf alles was was wir hätten was wir nicht haben weil Filzfest und sowas haben wir noch nicht ich denke mal auch je größer das Angebot umso besser Filz können wir noch gar nicht herstellen ne nö habe ich jedenfalls noch nicht gesehen google, google, google mit langer Kapuze mit langer Pelzkapuze, dicke Lederhandschuhe, einfach Schuhe Schuhe, Pelzschuhe, Pelzstiefel Stiefel schicke Schuhe, edle Schuhe, edle Stiefel Kleine Gürteltaschen brauchen wir sowieso nicht mehr. Wir haben ja schon selber normale Gürteltaschen. Es gibt eine große Gürteltasche. Haben wir die schon? Ich glaube nicht. Die großen Sachen mal nicht. Die lasse ich mal da, wo sie sind. Und Sättel stellen wir sowieso nicht her. Okay, gut. Jetzt ist es eingestellt. Zuweisung akzeptieren. Jetzt müssen wir nochmal die Arbeitsintensität verändern. Weil, hauptsächlich... Ah, jetzt kann ich sehen, wie viel wir haben. Wir haben 14 Hosen mit Manschetten. Die soll er natürlich möglichst mit 40% verkaufen. Wir haben vier Strohhüte. Kann er mit 5%. Pelzumhänge. Wir können ja mal gucken. Ich muss erstmal sehen, wie das funktioniert. Wie das nachher wirkt. Ähm... Wie die große Gürteltasche fehlen uns 5000 Produktionspunkte. Genau. Huhuhu. Okay. Den Rest haben wir auch gar nicht hier. Also wir haben... Wir haben momentan tatsächlich nur dicke Lederhandschuhe, Pelzumhänge, Strohhüte und... bei 40 und 50%. Da machen wir hier 10%. Also... Uniken könnten wir machen. Und die bringen auch richtig viel Kohle. Okay. Zumindest... Dann mache ich die auf 20% Aber wir haben momentan noch keine. Aber das ist ja egal. Dann darf ich mich jetzt bloß nicht irritieren lassen, weil da steht wahrscheinlich dann kein Material. So. Zuweisung. Identität bestätigen. Okay. Das müsste es jetzt sein. Ja. Jetzt zeigt er mir an, dass da Material fehlt. Aber das ist egal. Cool. Da müssten wir eigentlich auf jeden Fall noch... Moment. Ne. Falsch. Das ist der hier. Bauen. Äh... Dekoration. Sonstiges. Verhältnisse? Ne. Dafür brauche ich einen Leinengarn, eine Tonschale, weil dann möchte ich nämlich sehr gerne hier eine stehende Feuerschale daneben... Oh, warte. Oh, Feuerkorb kostet... Oh, nicht genug Technologie. 7500 für einen Feuerkorb. Eieiei. Das ist noch ziemlich weit hin. Tonschale, Leinengarn. Tonschale, Leinengarn. Tonschale... Ups. Äh... Tonschale... Und Leinengarn. Leinengewebe. Leinengarn haben wir gar nicht. Warte mal. Macht man das aus... Aus Leinensamen macht man das, ne? Ne, aus Hanf... Hanf... Oder so ähnlich... Leinsamen ist der... Der Samen, ja. Ah, ja. Hm, okay. Haben wir? Haben wir? Eigentlich sollten wir haben... Flax? Ja, aus... Flaxhalm. Flaxhalm. Machen oder irgendwie so ähnlich. Okay, ich guck mal. Ich probier's aus. Ich probier's aus. Ich muss ja auch wissen, wie's funktioniert. Genau. Ähm... So, was wollte ich jetzt eben noch? Was hatte ich noch gesagt? Ich wollte... Tonschale. Ne Tonschale brauche ich dafür. Genau. Tonschale. Haben wir noch ne Tonschale? Tonbecher, Tonschale. Okay. Ähm... Dann einmal hier rein. Oh, die Näherei, die benutze ich so selten. Das sind die Klamotten. Spinnenrad. Leinengarn. Ah, Flaxhalme braucht man dafür. Und ich hab zu wenig. Okay. Flaxhalme. Äh... Dann muss das Flax dreschen. Ja. Das heißt, ich kann mit dem Flax... Ich hab, glaube ich, schon Flax. Einmal in die Scheune. Muss es dreschen. Hallo, könnt ihr mich lesen? Ja. Kann ich, Ratti. Ich hab auch gesagt, hallo, Ratti. Schön, dass du da bist. Hat dich gesagt. Ich kann nicht lesen. Ja, könnte ich alle lesen. Niemand ignoriert dich. Boah, das Dreschen ist aber auch heftig. Mhm. So, jetzt. Ähm... Bauen ist richtig. Äh... Dekoration hier. Ach, Leinengarn hatte ich vergessen. Ich bin... Können wir keine Förderbänder irgendwie langführen. Das wäre so viel einfacher. Ähm... Ach so, ja. Jetzt muss ich natürlich Leinengarn herstellen. Ja, das war doch eigentlich der Sinn der Sache. So, jetzt. Leinengarn. Aus Spinnenseite. Das ist von Wimi gestern. Mach ich jetzt ne... Mach ich jetzt richtig schön Garn. Okay. Geht das jetzt? Bevor ich jetzt irgendwas wieder hin und her renne. Jo, jetzt kann ich was bauen. Das ist Luxus. Da kann sogar nachts eingekauft werden. Wenn wir nachts aufhänden. Jetzt noch oben drüber ne Leuchtreklame. Ja. Open. Close. Warte mal. Eins kann ich glaube ich noch bauen. Dann mache ich das vielleicht auch nochmal eben. Vielleicht hier vorne. Damit die hier nicht komplett dunkel sind. Und... Hm. Oh, die Feuerkörper hätte ich echt gerne, aber... Ist schwierig. Ah, ich mache das immer wieder weg. Ich... Ich drücke jetzt immer die rechte Maustaste. Das ist total... So, jetzt. Nicht genügend Rohstoffe, ja, ja. Aber das müssten wir so nach und nach auch mal machen. Das geht eigentlich. Und das Material haben wir inzwischen. Dass wir denen hier mal ein bisschen mehr die Wege beleuchten. Die haben sich ja auch schon beschwert. Das gibt es... Weil du hattest das letzte Mal ne Quest, ne? Genau, ja. Haben sie sich aufgeregt. Holzschuppen. Dem Holzschuppen fehlt Werkzeug. Und die haben keine Äxte mehr. Das ist schlecht. Äxte. Haben wir schon... Kupfer. Die Bronze haben wir, glaube ich, jetzt immer gemacht, ne? Mhm. Die Uxaban haben wir auch nur noch acht. Aber wir haben... Warte. Zinn. Kupfer. Gucken wir mal eben. Neuen Bronze Bahn. 24 Stunden Shop als nächstes mit Versand. Ja. Das wär's. So, warte mal. Diplomatie haben wir erledigt. Aber uns fehlen immer noch drei Leute, ne? Wir haben noch Platz für drei Leute. Und ich will auch gar nicht so lange warten, weil wir bezahlen ja auch schon Steuern auf den ganzen Kram. Bronze Werkzeug. Äh, Äxte. Mehr. Vier Äxte kann ich erstellen. Ja, mit dem Pferd geliefert oder mit dem Eselboten oder sowas. Gibt's hier noch keine Zitronen? Ne, Zitronen zum Ausliefern gibt's noch nicht. Hier gibt's nur Spandarinen. Oh. Die gucken dann immer durchs Fenster, weil wir hier keine Rollläden haben. Genau. So, sehr schön. Jetzt guck ich mal eben, wer wo, was, wie viel hat. Wobei, der hier vorne, der braucht ja eigentlich, der braucht überhaupt keine Axt, ne? Lambert. Der braucht, glaub ich, keine Axt, weil der ja sowieso mit dem Ding arbeitet. Im Ding? Äh, ja, mit der, mit dem Bock, mit dem Holzbock da arbeitet. Seine Axt hat eine Haltbarkeit von 488 von 5, ja gut, ich weiß gar nicht, ob die Haltbarkeit seiner Axt abnimmt, weil er ja mit dem Hobel hobelt und nicht mit der Axt, äh, naja, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ähm, ja, okay. Äh, das heißt, ich brauch nur nach hinten was zu bringen. Albreta ist übrigens schwanger, aber Dobrosklaver ist noch da. Okay, gut. Dann bring ich mal eben die vier Äxte nach hinten. Prottenhü. Solange hier noch keiner draußen rumrennt und ich jemanden überreiten kann. Okay, steht immer noch einer draußen. Warum gehen die nicht schlafen? Ich frage mich, ob die mit der Fackel draußen sind, weil es ihnen zu dunkel hier ist. Ist das sowas wie eine Bürgerwache oder sowas? Wenn wir mehr Fackeln aufstellen würden, würden die hier nicht mehr so lange rumrennen. Die sollen ja schlafen und sich erholen und nicht einfach hier so durch die Gegend rennen. Ich glaube, die laufen immer rum. Meinst du? Äh, würde ich mal vermuten. Ach man, ich will mal, ich drücke mal die falschen Knöpfe, wenn ich absteigen will. So, dann geben wir denen mal die Bronze Äxte. Sehr schön. Das wollte ich vielleicht leider noch mal. Komm, was tut, wenn ich schon mal hier bin. Kann ich in dem 24-Stunden-Shop dann auch über Rauchzeichen bestellen? Nee, du musst eine Brieftaube schicken. Oder einen Gesandten. Kann nie schaden, ein paar Baumstämme im Inventar zu haben. Das ist sehr umständlich. Naja, das schicken nachher auch. Und dafür kannst du 24 Stunden dann bestellen. Im Winter ist das Wasser immer so lila. Ach was, ich glaube, ich glaube, die Baumstämme, mit denen du letztens unser Dach kaputt gemacht hast, sind jetzt hier runtergefallen. Hier liegt nämlich einer. Ich habe nichts kaputt gemacht. Doch, der andere liegt noch drauf. Bösige Gerüchte. Das kann gar nicht sein. Ich kann eh drücken, aber ich kriege ihn nicht runter. Gemein. Ich muss das Haus abreißen. Ja, genau. So, was haben wir noch? Zeit zu handeln. Das ist die Immergrünblume. Das ist momentan die einzige Quest, die wir haben. Okay. Ach so, und Fertigkeiten. Kann ich nochmal aufleveln. Wir haben... Ich habe einen Punkt. Zusätzliche Rohstoffe. Haltbarkeitsverlust. Das ist mir eigentlich eher noch nicht ganz so wichtig. Bei Gewinnungsaktivität weniger Ausdauferbrauch. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, komm. Dann machen wir bei Gewinnungsaktivitäten weniger Ausdauferbrauch. Erhöhen wir den Level. Sehr schön. So. Ach, guck mal. Hier über den Herold. Vielleicht kannst du über den Herold auch bestellen. Drei von zehn Bewertungen, ey. Noch nicht mal bestellt, aber schon da meckern. Das ist jetzt schon wieder der letzte Wintertag, ne? Wollen wir dann gleich jagen gehen? Mhm. Ich bleibe eben ganz kurz auf dem Pferd hier sitzen und würde mal eben vorher nochmal schnell aufs Klo. Dann können wir losreiten, okay? Gut, ich bin hier noch am Kochen, ja. Gut, bis gleich. Tschüss. Drei von zehn Bewertungen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt ist der Hund mit reingekommen Ähm, hallo? Ja Achso, Entschuldige, ja, Kasimira hat sich gerade so demonstrativ hier vor mich hingestellt und guckt mich an Will die mir irgendwas sagen? Hallo Mir ist denn irgendwas interessantes zu Ohren gekommen Dein Dorf, du solltest dorthin gehen Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe braucht Hallo, du wohnst hier, du arbeitest hier Wo finde ich? Händler nutzt Tiere, danke Okay Nö, nö, lebt wohl Okay, was steht die hier? War gruselig Alles geht schon los, er liegt direkt neben meinem Stuhl Ich muss aufpassen, wo ich hinrolle Hypnotische Fackel, ja, ich glaube auch Ich packe sie weg, vielleicht geht sie dann auch Vielleicht mag sie mein Pferd Kasi ist etwas verwirrt Ja, ich glaube auch, dass sie etwas verwirrt ist Ach, Kasi, das erinnert mich so an Hallo Spencer Da hieß einer auch Kasi, ne? Ich glaube ja So, bereit, wenn du bereit bist Moment So Ah, da steht das Pferd Kasi mir, ja, genau Mann, das war auch irgendwie eine coole Serie Hallo Spencer Ja, ich, okay, ich seh dich Ich hab gelauert Oh, ich bin nicht Äh, Alina Ich wüsste nicht, dass wir momentan eine alleinstehende Frau haben Müsste die nicht mit jemandem zusammenwohnen? Oder vielleicht wohnen die Oh, wie verwerflich ist das eigentlich Die wohnen zusammen, obwohl sie nicht verheiratet sind Na dann, würde ich sagen Gehen wir Bison zu jagen Und, naja, Bären müssen wir zwangsläufig mitjagen Weil die auf dem Weg sind Das ist ein Baumstumpf Ich wollte gerade sagen Das ist doch wohl kein Bär, oder? Dann nehmen wir die zwei von hier auch mit Ja, ne? Ich stelle aber mein Pferd mal eben hier oben auf dem Berg ab Wollen wir da ja sowieso hin müssen Ah! Ah! Äh, das sind glaube ich Räuber, ne? Die hier sitzen Siehst du die auch sitzen? Oh, jetzt sitzt einer, ja Das Ich hab keine Pfeile ausgerüstet Willst du mich vorwohnen piepeln? Inventar Also ich schieße jetzt einfach auf den Sag Bescheid Okay, jetzt Armbrust Jetzt hört er ab Die anderen kommen auch Okay, einer ist tot Die anderen werden gleich irgendwo hochkommen Die kommen von der anderen Seite Die kommen von rechts Oh Gott Okay Eisenarmbrust Okay Nicht schlecht Die machen natürlich auch schön Schaden, ne? Die Eisenarmbrüste Vielleicht sollten wir die als Neben dem Bogen auf dem anderen Dings haben oder sowas Wäre vielleicht eine Gelegenheit Dass man wenigstens einen Schuss mit der Eisenarmbrust machen könnte Zum Beispiel, weißt du? Bei Kupferbolzen weiß ich gar nicht, wie viel Schaden die machen Kann man das sehen, wie viel Schaden die Pfeile machen? Oh Wenn du sie hast Normalerweise ja Kupferbolzen Kupferbolzen Ah, da Zustand, Gewicht Da sind sie 45 Schaden Die Bronzefeile machen 45 Schaden, okay Da müsste man Eisen Bolzen wahrscheinlich haben Oder Bronze Ja, Bronze Warte, das sind die Kupferbolzen Kupferbolzen gegen Bronzefeile Ist trotzdem immer noch besser Weil wenn du jetzt Bronzebolzen nehmen würdest Dann hättest du auf jeden Fall Wesentlich mehr Schaden Bibi, Sebu Bibi Ähm, ich bin gestorben Was macht das Mittelalter mit dir? Du stirbst einfach In ganz jungen Jahren Ja Wie alt bin ich eigentlich? Warte Versteht denn das nochmal? Verwaltung, Karte Versteht denn das, wie alt ich bin? Ich bin 24 Im Inventar Im Inventar Ja, auch 24, okay Wollen wir es nochmal mit dem Bären aufnehmen? Ja Der andere steht da hinten Einer steht auf der anderen Seite des Flusses Ja, bis der oben ist Es sind einen Der ist der erste, der hier vorne auf der anderen Seite Ja Oh, oh Okay, das war ein bisschen fies Wie viel verträgt der? Ich wollte auch gar nichts sagen Okay, jetzt ist er tot Okay Jetzt gucke ich mal, ob ich den anderen anschießen kann War der zu hoch? Man sieht das nicht Okay, ich gehe mal dichter dran Traum mich mal eben Oh, du hast den angeschossen Oh Okay, da hat mir noch geholfen Einfach draufhalten Sonst geht es ja nicht mehr Die vier Banditen habe ich noch mitbekommen Danach nochmal gestorben Achso, nee Bei den Banditen Ich bin vom Pferd abgestiegen Und die haben mich platt gemacht Obwohl ich vorher schon weggelaufen Also weggelaufen Also weggeritten bin sogar Aber sie haben ihre gerechte Strafe bekommen Und wir haben schon ein paar Bisonze Und jetzt sind wir nochmal auf der Jagd Damit wir noch ein bisschen was mitnehmen können Warte mal Sammeln Ich sammle die jetzt nochmal wieder ein Ich meine, vielleicht können wir die auch irgendwann wiederfinden Hier sind doch bestimmt ein paar daneben gegangen, oder? Kannst du ja sehen Mit dem Ach hier Beobachtungsdingens Ach stimmt Warte Hm Nö Doch, da sind noch Jede Menge Wo denn Bei mir? Ja Hier Bei mir Achso, bei dir Ich wollte ja nur gucken, ob wir irgendwelche verschossen hatten Deswegen Jaja Darum Kannst ja mit Mit alt gucken Stimmt Das ist praktisch Aber dann ist man so schnell außer Atem Das waren anhängliche Banditen Ja Ich fand das ein bisschen fies Weil ich bin mit dem Pferd ja richtig vollgalopp Also ich bin ja mit dem Jagdgalopp weggeritten Und sobald ich abgestiegen bin, waren die ja bei mir und haben auf mich eingeprügelt Das fand ich ein bisschen Weiß ich nicht Also das Pferd im vollen Galopp Schneller als die Banditen Oder liegen auch noch Bronzefeile Irgendwo da unten Bronzefeile ist Bronzefeile Und wir wollen ja jetzt jagen gehen Sehe ich den von hier unten nicht? Äh Bronzefeile Ich sehe keinen Hä? Der wurde eben noch bei mir angezeigt Den hast du gelootet Der da liegt, ne? Ja Oh, der Wagen ist leer Toll Schmuggelware Naja Ich habe eben von oben Habe ich noch zwei Bronzefeile gesehen Nosferatu Hi, schön, dass du da bist Na du Knuffi So Wir gehen jetzt auf Bärenjagd Und haben Ziemlich viel Angst Aber dann kann ich schon mal ein Teil aufs Pferd packen Ähm Pelz Ja Pelz will kein Mensch Naja doch Wir könnten theoretisch wieder Sachen aus Pelz Ähm Könnten wir Im Grunde genommen Herstellen, ne? Das ist nicht so das Problem Wie viel kann das Pferd noch tragen? 35 Also 15 Perfekt Okay, gut Dann Können wir jetzt weiterjagen Ähm Elch Elch und Bären Oha Die Bären greifen den Elch an Zwei Bären Zwei? Ja, es sind zwei Die hinter dem Herren Und wenn die ihn erlegen Bleibt es umso mehr für uns Oh oh Kämpfen die jetzt gegeneinander? Mann, das ist eine Arena und Geld dafür nehmen Und? Der andere rennt auch noch hinterher Der versucht auch nur abzuhauen Der Elch Warum wehrt er sich nicht? Der ist doch auch ziemlich stark Okay, sie haben ihn Beste Gelegenheit Jetzt auf den ersten Bären zu schießen Bären getroffen Bären kommen Bären kommen nicht Bären kommen Bären kommen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hilfe 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 Haben die so was von genervt Aber so schlimm gemacht Kampfbeeren Kampfbeeren Diesen Angriff haben die Feuer nie so extremst gemacht Nee Das ist ja keine Chance Das ist ja keine Chance Warte, ich muss mir eben kurz heilen hier Alter, Falter Bist du auch tot? Ja, ja, klar Ich muss auf den Giftfaktor aufpassen Guten Appetit Guten Appetit Ja, ja Ja, Kinder Ja, der Bär wird aber trotzdem gleich dran glauben Pferd, Pferd, Pferd Da Jetzt muss ich die Pfeile wieder umtauschen Weil immer wenn du die einsammelst Weil immer wenn du die einsammelst Vereinzeln die sich Hast du dich geheilt? Ja, ja Gut Ich muss gleich wieder Ich habe den Heiltrank, der langsam heilt Eigentlich brauchst du einen, der sofort instant heilt Hast du nicht den des schnellen Heilens? Doch, hatte ich Aber ich hatte den anderen auch versehentlich mit eingepackt Er hat mich zwar gesehen, aber die Elche sind interessanter Gut Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ich schippe wieder auf Milch. Ich schmecke nicht. Ich schippe wirklich nicht. Oh Gott. Panik. Man muss sie wirklich am Kopf erwischen. Ja, Kopfschüsse sind so unerlässlich, leider. Das lässt sich, glaube ich, tatsächlich besser mit einer Armbrust machen. Die schießt auch, glaube ich, gerade. Eher gerade, als die Bögen. Ich gucke mal eben, ob sie was vom Elch übrig gelassen haben. Wobei die Elche nicht so wichtig sind. Mir wären die Bisonse tatsächlich lieber. Die geben mir auch nicht so viel Fleisch. Oh ja, den haben den Elch erwischt. Stolzes Tier. Oh, Bär. Ja, überrannt. Aber richtig überrannt. Und vor allen Dingen, die gehen ja in so einen Kampfrausch über. Oh, Jagen. Neues Level. Cool. Ich wollte gerade nicht den Stock einsammeln. Ich wollte trinken. Na, also der Angriff der Bären ist echt übel. Ich würde die normalerweise auch links liegen lassen, weil die nicht so wichtig sind. Oh, Blut. Ein Pelz. Holzschaufeln, naja. Aber wir können ja nicht hier in Ruhe jagen, wenn die Bären hier rumlaufen. Das ist das Problem. Oh, ein Bison ist gleich hier oben bei mir. Und das zweite ist gleich dahinter. Besten so. Bessere Schussbahn. Sag Bescheid, wenn du da bist. Du bist da. Er wählt es? Ja, aber okay. Was denn? Okay. Was denn? Ja, passt. Passt, passt. Es dauert immer, er wählt immer die Beile und Bogen ab. Und dann dauert es wieder ewig, bis man Okay. Oh, pfuh. Kopftreffer. Da musst du halt eiskalt bleiben, bis zum Ende stehen bleiben. Anders geht es, glaube ich, nicht. Ja. Den anderen auch gleich. Ja, welchen denn? Den zwischen den Bäumen direkt, der zu sehen ist, ne? Ja. Ja, okay. Okay, der ist auch. Der andere, der ist gerade nur am Bölken. Da, kommt aber. Kommt. Kommt? Wie, ach da. Scheiße. Oh Gott, der ist genau von mir stehen geblieben. Oh, das war knapp. Ja, und dann stell dir mal vor, wirklich so auf so einer Jagd im Mittelalter, keine Medizin, wenn du verletzt wirst und all sowas und dann bist du tot gewesen. Auch wenn du nur eine Verletzung hattest, ne? Ups. Wie viel? Ja, genau. Du musst. Mhm, überladen. Überladen und schwer. Das ist unser Abenteuer. Weil ich muss jetzt, ich muss laufen. Ja, ich glaube, mein Pferd kann auch nichts mehr tragen, das ist das Problem. Eins kann noch, aber ich muss erst mal hinkommen. So, Pferd hat 50 von 50, mehr geht nicht. Ich trau mich einfach, ich holte jetzt das Letzte, wahrscheinlich kann ich mich gleich nicht mehr bewegen. Fast so schlimm die Bären wie die Kampfeber in Dragon Age, war das? Das waren die ganz Großen, ne? Ne, ich kann mich keinen Pferd mehr bewegen. Ja, warte, ich komme. Ich bin gleich beim Pferd. Wie viel habe ich? Ernst? 128,4 von 73. Ich kann es zwar nicht rufen, aber dafür kannst du 80 tragen, mein Pferd. Warum kann dein Pferd 80 tragen? Weil ich nicht den Scheifenskill habe, sondern den Trageskill. Ach so. Ruhigere Hand. Erfahrungsgewinn. Schnellere Bewegung beim Schleichen. Da stehst du. Kreisverlust. Zusätzliche Rohstoffe von wilden Tieren, das wäre schon cool. Schnelleres Nachladen wäre toll, aber das kann ich leider nicht noch nicht nehmen. Das geht leider nicht. Ach so, warte mal. Wie viel kannst du denn noch nehmen? Ach so. Ja, sollte ich vielleicht umschichten. Wäre ganz gut, weil ich habe fast, ich glaube, 60 Kilo Übergewicht. Jetzt aber. Okay, dann kann ich das pallen lassen. Das ist Leder. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Kannst du noch ein bisschen? Dann würde ich mich noch Fleisch fallen lassen. Äh. Ich habe Rohstoffe gegessen. Moment, ablegen. Wie viel kann ich dir denn? Sonst nützt ja nichts, wenn du jetzt auch so extrem überladen bist. Wie viel kann ich dir noch geben? 30 Kilo? Mehr? Weniger? Äh, ja, ja. 30, 40. So, jetzt bin ich nicht mehr so extremst überladen. Ich weiß gar nicht, war das... Oh! Da ist jetzt der andere Bison noch. Da ist noch eins. Wollen wir noch? Ja, äh, Moment. Okay, und ich warte mal ein, bist du... Hast du? Ja. Denk dran. Wobei, da hinten liegt ja auch noch eins rum. Wo hinten? Oder hattest du das schon? Hier hinten war doch noch irgendwo eins. Da hinten lag der Elch. Den hatte ich gehäutet, den die Bären natürlich nicht an. Nee, irgendwo. Nee, ich habe sonst keinen Bison gesehen. Oh, verdammt. Wie? Zu viel? Oh, oh. Ah, ich kann mich noch bewegen. Gut, tschüss. Hi. Äh, komisch. Eben wurde hier noch ein Bronzerpfeil angezeigt, aber irgendwie ist er jetzt schon wieder weg. Ich glaube, das Spiel foppt mich gerade so ein bisschen. Jetzt auch schon wieder nicht. Komisch. Aber ich glaube, jetzt haben wir erst mal richtig viel Fleisch wieder. Äh. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere Jäger erhöhen. Ganz wichtig. Dass, ähm... Dass sie mehr Fleisch nach Hause bringen, mehr Leder und all sowas. Vielleicht sogar noch eine zweite Jagdhütte. Vielleicht, dass wir... Wir könnten theoretisch die erste abreißen und eine Jagdhütte zwei hinsetzen. Dann haben wir... Das ist, glaube ich, besser. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist, wie weit müssen die auseinander sein, dass die sich nicht ins Gehege kommen. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel das so ernst nimmt, dass man sagt, das muss so und so weit auseinander sein, oder? Weil dann könnten wir nämlich die, ähm... Alte abreißen und einfach auf der Neue... Äh, dann eine Neue aufbauen, wo die jetzt ist. Ja, denke ich auch. Da steht ja auch nicht, was die jagen, sondern es geht ja nur darum, dass sie Fleisch, äh, bekommen. Also Fleisch nach Hause bringen. Oh Gott, überall Leute. So. Federn, das kann weg, 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 das kann weg. Und ansonsten, ähm, Trank des Schnellen heilen, sollte ich jetzt wieder dabei haben. Das ist besser. Die, 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 natürlich ganz unten. Trank des Schnellen, 337 haben wir, jo. So, Pferdchen. Und Leder. Und den Rest dann in die Werkstatt schmeißen. Die, 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 die. Oh. Oh, vielleicht sollte ich nochmal eben ganz schnell rüber reiten und den Käse verkaufen. Oder essen die den Käse? Oh, ich glaube, die essen den Käse. Ne, essen sie nicht. Oh, doch. Doch, kann sein, dass sie den Käse essen. Aber ich verkaufe den mal. Äh. Weil die Sachen ja... Wobei, ich glaube, die, ähm, Haltbarkeit ist im Nahrungsmittellager besser und hält länger. Aber, ähm, weil im Inventar verliert es extremst Haltbarkeit von Jahreszeit zu Jahreszeit. Riecht man schlechtere Preise, wenn schmutzig ist? Ist überhaupt noch einer von den Händlern hier. Ja, du bist ein Händler. Wir gehen gerade nach Hause. Wie ist denn so, irgendwas? Ähm. Soll ich die Armenbrüste verkaufen? Also mit Kupferbolzen machen sie natürlich nicht so viel Sinn, weil sie genauso viel Schaden machen wie die Bronzepfeile. Die bringen 289 und 206. Das ist natürlich schon ordentlich. Ja. Verkauf. Den kann ich behalten. Die ganzen Knüppels können weg. Die benutzen wir gar nicht. Und ansonsten... Das war's, ne? Ja, perfekt. Okay, das war's. Cool. So, weil wir haben ja dann am nächsten Tag schon wieder Frühling. Oh. Aber dann seh ich erstmal zu, dass wir... Achso, wir müssten dann noch eine Aktion starten wegen der Blume, ne? Die immergrünen Blume müssen wir noch finden. Jetzt mal eben einmal kurz ins Wasser springen hier. Das war nicht tief genug. So, warte mal. Wie macht man das nochmal mit dem... Wenn ich den... Den muss ich, glaube ich, auswählen, ne? Trinken. Leer. Ablegen. Da ist immer noch das alte Wasser von vor drei Jahren drin, ne? In meinem Trinkschlauch. Könnte ich das auswählen? Ne, anders. Vier. Trinkschlauch. Trinkschlauch. Jetzt habe ich getrunken und ich wollte ihn nicht trinken. Wie fühlt man sich nochmal? Wie fühlt man nochmal? Du musst ihn komplett austrinken. Und dann kannst du ihn wieder befüllen. Achso. Ah, okay. Trinkschlauch, okay. Und dann kann er ausrüsten auf die vier. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte im Voraus... Trinkschlauch füllen. Ich dachte, ich könnte im Voraus nochmal wieder auffüllen. Aber na gut. Okay. So, jetzt ist er wieder hier drin. Trinkschlauch vier von vier. Ja, gut. So, dann stelle ich dich mal in den Stall. Witzig, dass die Pferde dumm machen, auch wenn sie meistens dicht im Stall stehen. Hast du noch ein bisschen Inventar, ne? Oh ja, doch. Die können wieder zurück. So, Bronzebarn wieder reinmachen. Dann können auch die Holzstämme da rein. Und das kommt noch rein. Gut. Okay. So, jetzt kann ich mal eben gucken, wie in den Fertigkeiten. Wahrscheinlich ist gleich Jahreswechsel. Aber was wollte ich eben machen? Ich wollte... mehr Rohstoffe. Das macht einfach Sinn, mehr Rohstoffe aus den Tieren zu gewinnen. Weil wir es brauchen. Ja, den Level erhöhe ich jetzt. Und als nächstes würde ich dann schnelleres Nachladen von Bolzen und Anlegen von Pfeilen machen. Wobei der Auslauferlust beim Zielen auch nicht schlecht ist. Achso, ich habe ja noch einen. Oh. Ja, dann machen wir das doch. So. Dass wir schnell nachladen können. Ganz wichtig. Gerade wenn so ein... Wenn so ein... Äh... Nicht auf dich zugelaufen kommt, wollte ich sagen. Trinkschlaufeanfänger, ja. So, ja. Das war's. Jetzt können wir nur noch auf die nächste Jahreszeit warten. Und dann erstmal wieder alles wegverwalten. Ja. Aber, ähm... Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Wer ist denn in Jagdhütter 1 drin? Ich glaube, dann warte ich doch mal wirklich bis Frühjahr. Aber vielleicht fällt sogar schon wieder ein Jäger aus. Dann könnte ich die wieder umschichten. Da haben wir zwei Jäger drin in Jagdhütter 1. Okay. Weil es ist mal so doof, dieses Hin und Her. Dann würde ich ganz gerne die Jäger einmal rüberziehen. Dann Jagdhütter 1 abreißen. Und dann Jagdhütter 2 aufbauen. Dass wir einfach mehr produzieren. Dass wir da mehr Jäger reinstecken können. Essen für die Leute ist momentan sehr, sehr wichtig. Haben wir gerade vielleicht einen Jäger, der schwanger ist? Holzfäller. Oh, da müssen wir gucken. Tierzüchter. Bergarbeiter. Und nochmal Tierzüchter. Da brauchen wir eventuell einen Springer. Gosimir hat 9 als Näher. 9? Ja. Das gibt es? Das ist der höchste Werk gerade hier. Und danach kommt, glaube ich, Henrika, also deine Frau mit 7 als Handwerker. Aber Gosimir hat tatsächlich eine 9. Wie macht man das denn? Muss der besonders gute Laune haben? Der ist bei 42. Dem geht es richtig gut. Der findet das toll. Das ist echt heftig. Lambert hat eine 6. Als Holzfäller. Und umso besser wird auch deren Laune. Ich würde natürlich ganz gerne noch in anderen Sachen skillen. Vielleicht sollten wir Wilimir als Koch einfach mal woanders reinsetzen. Der hat auch 3 in Diplomatie. Schöner wäre es natürlich, wenn die vielleicht dann auch in anderen Sachen gut sind. Und nicht nur in einer Sache besser werden. Wie sieht es denn aus? Wir haben 48 Bevölkerung. 33 Arbeiter. Die arbeiten noch alle. Wir haben 50 von 70 Gebäuden. Allein deswegen muss ich den Jäger, den alten Jäger abreißen und einen neuen bauen. Wir sind auf Entwicklungsstufe Dorf. Bedarf pro Tag. Wir haben momentan aber auch mehr Nahrung als Bedarf. Das ist gut. Und mehr Wasser als Bedarf. Holz sieht auch noch gut aus. Also wir haben mehr Holz auch als Bedarf, was reinkommt. Prima. Also damit sind wir schon mal fein. Wie sieht es mit Technologien aus? Bautechnik. 4.000. Uns fehlen noch 1.000 Punkte, bis wir die Mine freischalten können. Okay, ich bezahle erst mal die Steuern im Frühjahr. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes freischalten können. Überlebnstechnik. Wie sieht es da aus? Fischerhütte 2. Haben wir noch fast 500 Punkte, um sie freizuschalten. Und dann Landwirtschaftstechnik. Oh, naja. War ja klar. So. Es ist Frühling. Juhu. Steuern zahlen. Juhu. Erst mal eben kurz umziehen, damit ich nicht zu warm hier rumlaufe. Oh, Alice. Warum mag mein Kind mich nicht? Ich ziehe mal die dicken Lederhandschuhe aus. Und den Rest lasse ich erst mal noch an. Wie sieht es denn mit uns aus, Geralt? Hi, sweetie. Aren't you pretty? Na, du auch. Wie steht es in unser kleines Königreich? Wir müssen einige der Gebäude reparieren. Ich habe es befürchtet. Ich stehe auf und mein Mann kommt mit arbeiten. Ey, toll. Okay. Reparieren wir erst mal wieder. Was müssen wir reparieren? Unser Haus auch? Nein. Wie sieht es bei Quercusens aus? Auch gut. Okay. Wo haben wir denn kaputte Häuser? Ich renne mal durch die Siedlung. Da sieht es gut aus. Da sieht es auch gut aus. Oh, keine Schneeballschlachten mehr. Oh, ich glaube, wir müssen anbauen hier. Die Feuer werden langsam knapp. Da ist repariert. Oh, so viele Kinder. Wir brauchen eine Dorfschule. Eine Berufsschule aber. Ja, die sollen wir nicht richtig arbeiten lernen. Steuern zahlen. Juhu. Ja, ich laufe gleich los. Wobei, eigentlich kann Geralt das machen, oder? Du hast ja Henrika das letzte Mal auch geschickt, ne? Dann schicke ich Geralt mal eben ganz kurz Steuern zahlen. Du musst das nicht selber machen. Oh, Schatzi. Oh, das ist süß, wie die Kinder hier beieinander stehen. Das ist schon niedlich. Ahoy. Ähm, pass auf. Ich möchte dir meinen Gefallen bitten. Könntest du dieses Geld zum Kastellan bringen, um unsere Steuern zu zahlen? Natürlich, Schatz. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, tschüss. Pass auf dich auf, mein Liebster. Have a good day. Das waren eben gerade 7700. Oh, das ruht ganz schön. Also, die verdienen gut an uns, ne? Piastovia müsste gedeihen, ohne Ende. So, reparieren wir mal weiter. Die sind ja eigentlich ganz neu, aber wer weiß, ob die nicht auch kaputt gehen. Die Fischlerhütte war bis jetzt in jeder Jahreszeit irgendwo kaputt, aber die sieht jetzt gerade ganz gut aus. Okay, da sieht es prima aus. Hier ist der Marktstand. Wie sieht es bei den Tieren aus? Scheune ist in Ordnung. Aha, da sehe ich was Kaputtes. Da brauche ich gleich Stroh für und Stroh. Habe ich Stroh? Sehr gut. Wird. Oh, sorry. Da sieht es auch gut aus. Die rempeln aber auch hier mit den Tieren rum. Da ist was kaputt. Oh, wir haben zu viele Hähne. Ich muss gleich mal wieder was verkaufen. So, das war das. Das war das. Ich glaube, das war's. Jetzt dürfte theoretisch kein Gebäude kaputt sein. Aber nee, das ist der Brunnen. Das ist nicht so schlimm. Fischer wird es auch nicht schlimm. Haben wir irgendwo einen Ausfall? Im Pferd sind schon wieder keine Tiere drin. Haben wir das jetzt jede Jahreszeit? Weil da irgendwelche... Man kann das doch auch von den Jahreszeiten her steuern. Ist da vielleicht irgendwie was passiert? Äh, ich guck mal. Tierhaltung, fährlich. Details anzeigen. Keine Tiere. Zuweisung. Einmal Milch, Wolle wird produziert. Fortschritt. Das sieht okay aus. Ähm, mehr kannst du aber nicht machen. Du kannst da nur die Intensität verändern. Also bei den Tieren habe ich keine Jahreszeit. Oh. Also von daher... Keine Ahnung, was das Problem ist. Ich meine, solange die produzieren, ist ja gut. Solange wir einmal Milch bekommen, solange wir Wolle bekommen, ist ja alles in Ordnung. Okay, dann verkaufe ich mal ein paar Tiere. Und zwar Hühnerstall als erstes. Wir haben... Oh, da ist nur ein Hahn. Ist auch nicht zu viel, aber da rennen so viele Hähne rum. Das ist ja schon bei dem anderen Hühnerstall, ne? Ja. Da rennen ein paar Hähne rum. Da bleiben wir mal bei dem hier. Und dann kann der hier weg. Verkaufen. Ja. Und dann kann der hier weg. Verkaufen. Ja. Und der kann weg. Verkaufen. So. Und der Rest ist okay. Dann Gänse. Gänse. Kommen wir... Ding. Warte mal, wie alt ist der Ganta? Ich weiß gar nicht, wie alt die werden können. Die werden ja auch irgendwann mal so weg sein, denke ich mir mal. Da haben wir Ei und Federn. Also Produktion ist eingestellt. Da hat sich auch nichts geändert. Das henn schaars mich. Es sieht mich als wenn ich diejenige, um es zu bequen. So, okay. Das ist schon mal weniger geworden. Bei den anderen Tieren müssen wir mal eben gucken, damit wir weiterhin Nachwuchs bekommen. Okay. Wir könnten einen Eselhengst verkaufen. Sollten wir vielleicht noch machen, weil wir hatten ja gesagt, wenn die erwachsen sind, die Fohlen dann verkaufen, ne? Ja. Eselstall. Details. Eselhengst. Verkaufen. Ja. So. Oh. Hm. Wofür tauschen. Nee, ist okay. Ist okay. Obwohl, sieht schon hübsch aus. Sieht schon hübsch aus. Kann man nicht anders sagen. Aber nein. Wir bleiben erstmal ganz normal. Oh, wir haben ein Kälbchen. Wir haben ein Kälbchen. Oh, 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 oh. Ist allerdings ein Stier. Ja, komm, nee. Nee, nee. Ich kann jetzt beim Pferd keine Ausnahme machen. Ähm, Pferd, 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 Stall. Geteiltanzeigen. Da ist ein Hengst nachgekommen. Für 1350 können wir ihn verkaufen. Mache ich. Ja, ich bin mir sicher. Okay, gut. Medieval ist schon sehr komplex. Ja, ist tatsächlich sehr komplex. Also allein die Verwaltung. Du musst ja immer gucken, was wo, wie ist, ne? Aber es geht auch darum, ne? Deswegen verkaufe ich die Tiere. Theoretisch bei einigen lohnt es sich nicht wirklich. Aber es geht auch da drum, ähm, dass die neu sich weiter vermehren, damit wir Technikpunkte sammeln, ne? Damit wir hier die, äh, die Dings vollkriegenden Technologien vollbekommen. Die Produktionstechniken halt. Werkstatt 3, 3500. Oh, da machen wir auch gute Fortschritte, tatsächlich. Und wächst immer noch fleißig, ja, definitiv. Gut, ähm, wie sieht's aus mit, äh, der Quest? Oh, ich seh' gerade, da ist ganz viel am Argen. Verwaltung. Okay, der Brunnen bleibt egal. Fischerhütte bleibt egal. Du wirst sicherlich jetzt mal einiges bei Landwirtschaft gerade machen, ne? Oh, ja. Näherei ist eigentlich, das ist, glaub ich, das, was fehlt, was wir eingestellt haben, ne? Kein Material heißt. Oh. Kein Leinengarn heißt es. Da können wir momentan nur Wollgarn und Leinengewebe herstellen. Wollstoff. Hose mit Manschetten, kein Material. Eigentlich müsste ich reichlich haben, ist da irgendwo... Ja, ich mach mal eben ne Fuhre. Ja. Produktion. Da kommen sie anscheinend nicht hinterher. Ich mach mal eben Flaxhalme machen. Wofür so viel Flax haben wir jetzt gerade nicht mehr. Ähm, lasst du mich mal eben einmal ran? Dankeschön. Das geht auch ganz schnell. Hat der mich jetzt gerade von der Seite angemacht? Ich glaube, ja. So, okay, gut. Kannst weitermachen. So, dann mal eben ans Spinnrad. Gerade frei ist. Ja, fünf Leinengarn kann ich machen, verdammt. Das ist nicht viel. Ich weiß gar nicht, wann, äh, in welcher Jahreszeit ernten wir Flax? Im Herbst, glaube ich. Im Herbst, glaube ich. Soll ich dann vielleicht noch was kaufen? Warte, ich muss gleich nochmal gucken. Würde sich ja theoretisch lohnen, weil das, was wir draus machen, ist ja wesentlich mehr wert, ne? Und drauf an, was der Spaß kostet. Wenn man, ich glaube, wenn du die, äh, die Grund, äh, Sachen kaufst, ist das nicht so schlimm. Glaube ich jedenfalls, dass das nicht so schlimm ist. So, jetzt haben wir wieder Bronzepfeile. Gebratendes Fleisch. Tonschale kann wieder rein. Hä, was war das? Tonschale kann wieder rein. Das kann da rein. Ähm, das brauchen wir. Das kann da rein. Okay, was heißt denn das andere da oben? Hat das irgendwas mit dem Marktstand zu tun? Läuft alles, Fallibock? Okay, das läuft einfach so. Stimmung, dem geht's gut. Hat er dem schon mal was verkauft? Gute Frage. Er sagt, er sagt kein Material. Ja, das liegt aber daran, weil wir keine Tuniken mehr verkaufen können. Die anderen Sachen verkauft er. Ähm, das ist, das ist, da brauchst du schon fast, da musst du BWL hier so ungefähr. Weil das ist immer so anteilig. Er verkauft praktisch 0,168 Tuniken pro Tag und 0,734 Hosen mit Manschetten pro Tag. Das heißt, wir kriegen pro Tag 176 Münzen für die Manschettenhosen. Für Pelzumhänge 35. Vielleicht sollten wir die Pelzumhänge wieder ein bisschen machen, um den Pelz loszuwerden. Ja, 35 Münzen. Also, es kommt was rein. Ja. Es kommt was rein. Die Frage ist, wer kriegt's ins Inventar? Weil so können wir es ja gar nicht feststellen, ob er nicht an uns vorbei wirtschaftet hier. Schmiede, das ist nicht das Problem. Hm. Das sind aber mal so komische Sachen. Oh, 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 es fehlt Tierfutter. Warte, was ist da los? Moment. Das heißt, ist das Tierfutterzeichen, ne? Tierhaltung. Irgendwo fehlt Tierfutter, glaube ich. Wo müssen wir es rein? Was ist die Truhe? Das ist ein Sack. Warte, bei den Pferden ist das eine Raufe drin, ne? Futterraufe. Na, 80 Prozent. Okay, ich guck jetzt mal eben die Stelle durch. Oh, süß. 54 Prozent. 80 Prozent. 70. Die Schweine haben 63. 57. Hä? Das ist doch ein Zeichen. 63. 100. 100. 60. Okay. Es fehlt kein Tierfutter und trotzdem ist da oben, das ist gerade ganz merkwürdig. Was ist denn das für ein Zeichen? Das finde ich so doof, dass du oben das angezeigt bekommst, aber praktisch jetzt selber raten musst, was das bedeutet. Na, ich habe da oben jetzt, bei den einen heißt es da diese ganzen Handwerksmaterialien, das weiß ich. Oh, die slidet hier durchgegen. Aber der Rest? Und, brauchen wir Flags? Ähm, ja, kannst du, wenn es sich lohnt vom Einkaufspreis. Wir brauchen, ich weiß nicht, so eine Rechnung von, ich glaube, vier Flags für, ähm, obwohl wir aus Flags kriegen wir, Leinsamen und Halme. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn wir das Rohmaterial kaufen, ist das günstiger, als wenn wir dann schon die nächste Variante kaufen würden. Ähm, na, wenn wir jetzt Flags kaufen, ist es besser, als wenn wir Flags halmen, obwohl wir brauchen ja keinen Leinsamen. Wollen wir Leinsamen? Nee, aber der kommt automatisch dabei raus. Ja, ja, aber dann könnten wir uns den Leinsamen sparen und gleich direkt Flagshalme kaufen. Ich guck mal eben, was ich da kaufe. Hau an, was das, was es kostet. Äh, wo seid ihr? Wo sind denn die? Ist das schon wieder so spät? Wo ist er denn? Ach nee, die kommen gerade erst. Okay, dann ist ja gut. Du bist es nicht. Wo ist denn der Händler, den ich suche? Wo ist denn der, der, der hier alles hat? Ah, du bist es. Hallo da. Äh, zeig mal. Ich traufe Flags. Also Flags, äh, Flags kostet pro Stück neun. Flagshalme kosten sechs. Damit kommen wir günstiger. Wir brauchen ja nur Flagshalme um. Äh. Und Leingarn selber kostet 58. Ja, ich sage mal, das lohnt sich allemal. Ich kaufe ihm die Flagshalme ab. Nicht alle, aber... Wie viel kaufe ich ihm mal ab? Damit wir erst mal wieder Material haben, ne? Das, äh, weil... 50. Ich kaufe ihm mal 50 für 300 Münzen ab. So. Okay, cool. Dankeschön. Apropos. Ja, ich will eine Bernstein-Figur für Geralt. Und ein Geschenk für... Für, für, für ein Holzrägchen. Für Alice. So, kann ich mir gar nichts leisten? Prima. Sehr schön. So. Damit die Familie wieder glücklich ist. Dann gucke ich mal eben, was hier vorne jetzt an Arbeitern sitzt am Feuer. Vielleicht ist ja was Nettes nachgerutscht. Wir brauchen noch zwei Frauen und einen Mann. Ich bin nur ein Mann. Mio Gnjewa. Ah, nicht so mit Tieren. Also Tiere sollten sie schon können. Das ist anderes zu wenig. Gundolf. Ah. Ja, das ist mir zu unausgeglichen, das ist das Problem. Sibur ist interessant. Aber damit fehlen uns immer noch zwei Frauen. Nehmen wir sie einfach hier. Aber, ne, Tiere wäre schon ganz schön, wenn sie wenigstens nur zwei in Tieren hätte. Aber sie kann auch... Mio Gnjewa. Was habe ich gesagt? Was brauchen wir? Also Jäger ist schon wichtig. Gut, sie kann... Aber Werken ist da nicht ganz so schlimm, ne? Ja, aber da hat sie eine 3. Dafür hat sie... Tieren in der 1. Oh, schade. Ich würde ihn hier nehmen. Nehme ich sie dann. Könnte sie jagen und Tiere machen. Jagen und Tiere machen. Also ich glaube, Sibur nehme ich auf jeden Fall. Warte mal, bist du der Richtige? Du warst der Richtige, ne? Ja, du bist... Das ist okay. Eins in Diplomatie, eins in Fischen ist nicht so schlimm. Aber der Rest ist okay. Ja, komm mit. Wir sehen uns dort. So. Nimm ich dann Mio Gnjewa mit. Sie könnte ja auch Tiere lernen. Dann könnten wir sie im Hühnerstall einsetzen. Ich glaube, im Hühnerstall kann man nicht so viel... Also es klingt jetzt... Es soll jetzt nicht fies klingen, aber da kannst du nicht ganz so viel falsch machen. So. Okay. Mio Gnjewa würde ich dann einsetzen für... Huch! Dorfleitung. Habe mindestens 50 Einwohner. Okay. Ich muss ganz kurz schnell die Leute da reinsetzen in die Häuser. Ähm. Einfaches Haus. Wo ist er denn jetzt? Sibur kommt da einmal rein in das Haus. Und Mio Gnjewa würde ich tatsächlich zu unserem anderen Junggesellen reinpacken. Ich hoffe, dass sie sich verstehen. So. Okay. Dann ist sie da auch schon mal drin. Was lasse ich die jetzt machen? Ich setze sie erst mal... Ich setze einen in den Brunnen rein. Habe ich da jemanden von den beiden, den ich da reinsetzen kann? Mio Gnjewa. Ja, die hat eine 3 da drin. Die kann das erst mal machen. So. Dann hat die schon mal einen Job. Damit die nicht so unzufrieden sind. Und, ähm... Ich setze einen nochmal zusätzlich in die Scheune. Ich muss mal eben ganz kurz einen ablassen. Warte mal. Das klingt auch doof. Nein, muss ich nicht. Hier muss keinen ablassen. Warte. Wo ist denn der andere jetzt hin? Da muss doch jetzt einer ohne Job sein. Sibur ist es, genau. So. Okay. Sibur, jetzt sind sie zu dritt. Ah, die haben keinen Leinsamen mehr. Wollen wir Leinsamen für Tierfutter? Nein, nein. Nein. Okay, wofür war denn Leinsamen? Zum Aussehen. Ach so. Wollen wir genug? Ach so, dann ist gut. Okay, gut. Dann muss ich mir keine Gedanken machen. Okay. So. Ähm. Das heißt, wir haben noch Platz für eine Arbeiterin. Für eine Frau haben wir jetzt noch Platz. Ich komme jetzt erst mal mit den Dings. Beziehungsweise ich mache jetzt gleich Leinengarn da draus. Dann können wir uns den Zwischenschritt sparen. Oh, die Stuhlmangel. Okay. Wir müssen mehr Stühle oder mehr Feuer haben. Ich muss ja auch ein bisschen drauf hören, was die immer sagen, ne? Die Leute. So. Zehn. Ist natürlich nicht viel. Wie viel habe ich gekauft? 50. Hatte ich 50 gerade gesagt? Aus 50 Flachs... Aus 45 Flachshalmen kann ich zehn Leinengarn machen. Oh Mann. Das ist nicht viel. Brauchst du vielleicht dann doch noch jemanden für die Landwirtschaft? Nee, okay. Nee, okay. So. Und wir schmeißen das mal hier rein. Ja, zehn Leingarn ist natürlich dann nichts dafür, ne? Nichts. Das ist so. Aber es ist besser als... Wie gesagt, es ist auch besser als nichts. Stimmt auch wieder. Wir haben unheimlich viel Leingegewebe. Vielleicht sollten wir die Produktion von Leingegewebe ein bisschen runterfahren. Damit das Leingarn mehr wird. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Ähm, oh. Ne, das macht ja auch Spaß. Aber das Problem ist, ich muss mal jedes Mal suchen und gucken. Da, okay. Zuweisung bearbeiten. Das heißt, wir... Nee, nicht die. Umschalten. Nein. Ähm, oh. Leingegewebe runterfahren. Ähm, Intensität verändern. Ich mach das mal auf fünf Prozent, oder? Ja. Dann verringern wir auf jeden Fall schon mal ordentlich. Um 15 Prozent verringere ich dann schon mal die Produktion. Und, ähm... Wolle, Wollstoff... Können wir auch inzwischen schon irgendwas aus Wolle herstellen? Ne, können wir nicht. Tuniken, zum Beispiel. Hä? Tuniken. Habe ich die nicht ausgewählt? Warum habe ich da keine Tuniken ausgewählt? Ich mach mal jetzt erst mal wieder ein paar, ähm, Pelzumhänge rein. Warte mal, Intensität bestätigen. So, warte mal, die Zuweisung. Was ist denn das jetzt? Wir können doch alles herstellen. Warum habe ich denn... Tunika ist auch raus. Ich mach mal alles jetzt rein, was wir machen könnten. So. Gürteltaschen. Rucksäcke. Sättel. Satteltaschen. Äh, den Rest können wir nicht machen, oder wie seh ich das? Nee, weil es noch rot ist. Okay. Hä? Aber Google hatten wir doch auch schon. Ach so, weil dafür die Materialien fehlen. Nee, fehlen auch nicht. Hä? Das ist... Das ist tatsächlich ein bisschen... Oder ist das zu viel an Zuweisung? Hm. Was ist denn besser? Äh, einfaches Säckchen oder Säckchen? Säckchen, ne? Ja, aber eigentlich... Reichen die einfachen Säckchen aus? Die einfachen Säckchen, ja. Weil die sind einfacher zu machen. Dann würde ich die Säckchen nämlich doch auslassen. Ja. Trinkschläuche brauchen wir eigentlich auch nicht herzustellen. Liegt das dann daran, dass ich zu viel ausgewählt hatte? Nee, eigentlich auch nicht. Sätteln müssen wir auch nicht. Das machen wir dann selber, wenn wir Sättel brauchen. Und Satteltaschen auch erst mal. Aber es hat gar nichts damit zu tun. Das wundert mich. Weil sowas wie Schlauchmützen und so... Können wir doch herstellen. Oder konnten wir schon mal herstellen. Hast du doch schon mal gemacht. Genauso wie die Google. Aber das ist bei mir rot. Ach, jetzt fehlt auf einmal... Nee. Leinengewebe. Jetzt fehlt auf einmal irgendwas an Material. Ist egal. Okay, gut. Zuweisung akzeptieren. Was auch immer. So, jetzt sind wir bei 100%. Okay. Jetzt als nächstes... Ach, ich wollte die Jäger umpacken, ne? Ist leider keiner ausgefallen. Also, was heißt leider, aber... Momentan fehlt keiner. Kasimira und Tomira sind das. Aber Tomira ist auch ein bisschen unglücklich. Vielleicht könnte ich Tomira umbesetzen. Was kann Tomira denn? Tomira... Warum bist du unglücklich? Du könntest... In den Grabungsschuppen könntest du... Du kannst abbauen. Machen wir das? Tomira... Grabungsschuppen... Da habe ich aber schon zwei drin. Aber hier... It's been... Nief... Ist nicht so glücklich. Damit anscheinend... Ja. Boah, da muss ich den auch umpacken. Mann. Okay, pass auf. Dann nehme ich ihn einmal raus... Und mache Tomira da rein. Und dann hoffe ich, dass die damit glücklicher werden. Und... Ähm... Okay, jetzt ist sie da im Grabungsschuppen drin. Und jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, was er kann. Ähm... Was kannst du denn? Ja, der könnte jagen. Oder Tiere. Dann stecke ich den erstmal in der Werkstatt. In irgendwas Werkiges. Zunut stecke ich ihn auch nochmal eben in die Scheune. Dann haben wir vier Leute in der Scheune. Es ist doof. Ich könnte ihn in die Schmiede packen. Aber wir haben nichts für die Schmiede zu machen. Das ist das Problem. Ich stecke ihn einmal kurz in die Küche, okay? Mhm. Dann arbeiten sie halt mal kurzfristig zu zweit da. Die werden sofort unglücklich, ne? Also während ich noch selbst... Na gut, es pausiert ja nicht. Stimmt. Es pausiert ja nicht. Ja. Okay, gut. Der ist jetzt in der Küche. So, und dann haben wir noch Casimira. Die ist relativ glücklich als Jäger. Hat auch eine gute Fertigkeit da drin. Aber ich muss die erstmal... Ich muss die Jagdhüte einmal kurz leer kriegen. Die kann sie auch... Warte mal, Casimira kann die auch wieder als Jäger... Jäger... Kasi... Was willst du raus? Was willst du denn? Mhm. Casimira. Dann packe ich die auch gleich wieder um. Aber ich muss sie mal kurzfristig woanders parken. Oh! Im Holzschuppen ist jemand ausgefallen. Wahrscheinlich Kind gekriegt. Also das ist Lambert. Nee, Lambert kann alleine arbeiten. Aber hier muss jemand rein. Okay. Kann Casimira das? Nee, Casimira hat eine Eins da drin. Jetzt geht's los, ne? Ah, aber ihm scheint das zu gefallen, dass er da kochen darf. Falibok gilt als Standbesitzer. Der darf für uns Sachen verkaufen. Der hat keinen Stand. Ja gut, auch Besitzen heißt ja nicht... Heißt ja nicht... Stimmt. Besitzer ist was anderes als Eigentümer. Oh, I see. Wieso? Wieso? Lorelei ist auch schwanger. Ach hier, Mirognia kann da rein. In den Grabungsschuppen. So, dann kann die, weil sie ist nämlich auch Holz... Jetzt ist sie Holzfäller. So, und dann kann Casimira, hatte ich gerade eben, ne? Casimira kann dann so lange den Brunnen machen, glaube ich. Kann sie das? Gute Frage. Casimira, Brunnen zuweisen. Casimira. Ach, da hat sie nur noch eins drin. Ach, ist egal. Komm, das ist nicht für lange. Dann hat sie mal eben so lange, muss sie Wasser schleppen. Sie wird wahrscheinlich gleich... Jetzt hat sie 34 Prozent, das wird sich gleich ändern. Wahrscheinlich werden die Prozente gleich runterfallen. Aber ich muss die Jagdhütte ja abreißen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Gebäude abreiße. Huh. Uch. Ich habe vorher immer nur Blaupausen abgerissen. Ich gucke mal, ob noch irgendwas drin ist in der Kiste. Äh, ja. Die Bronzemesser sind noch drin. Ob man die Sachen wiederbekommt, wenn man... Sonst hängt hier nichts, ne? Aber das ist ein bisschen schade, weil es ist so verputzte Wand und all sowas. Und ich... Kriegt man Sachen wieder? Eins, zwei, zwei, fünf, vierunddreißig. Jetzt lass uns mal gucken, wenn ich das jetzt abreiße. Ja, ein bisschen was kriege ich wieder. Ich kriege, glaube ich, nicht alles wieder. Mir blutet ein bisschen das Herz. Uff. Okay, so, Jagdhütte 2. Gebäude, überleben, nein, doch, Jagdhütte 2. So, dann kommt jetzt hier die Jagdhütte 2. Theoretisch dürften die über Nacht gar nicht unglücklicher werden, weil vielleicht bis zum nächsten Morgen schon die neue Hütte steht. Ich hoffe, dass ich die hinbekomme bis zum nächsten Tag. Ja, jetzt fehlt mir natürlich ganz viel Holz. Da muss die anderen Sachen hier, die müssen auch noch verputzt werden. So, Federn, Leder, Stöcke, Turmbewurf kann ich gleich im Inventar behalten. Äh, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Holzstämme und Bretter bräuchte ich. Aber es werden ja kein, oh, es werden ja, stimmt, ich kann ja wieder jetzt Bretter herstellen. Oder herstellen lassen. Wobei, das ist die große Frage, eventuell brauchen wir sogar noch ein Holzschuppen. Weil jetzt haben wir so viele Leute, die brauchen ja auch im Sommer Brennholz. Zwar nicht so viel wie im Winter, aber ich glaube, wie viele Punkte brauchst du noch für Jagdhütte 3? Jagdhütte 3, äh, jetzt muss ich das mal besuchen. Technologie, Werkstatt, Werkstatt, Schmiede, da ist es nicht. Feldsturm, Eselstall, Jagdhütte 1, Jagdhütte 2. Äh, Jagdhütte 3 gibt's nicht. Es gibt nur bis, äh, Fischerhütte 2. Du kannst Jagdhütte, Kräuterhütte und Fischerhütte nur bis 2. Weiter geht's hier nicht nach unten, also ist es eh egal. Wir können also locker jetzt hier, die macht auch glaube ich keinen Sinn, weil 4 Jäger pro Jagdhütte ist schon ziemlich viel. Also, kein Ding. Rupfhaum, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen hier, schön, dass du da bist. Brennholz haben wir noch 4, ja, siehst du, das haben wir nämlich. Dann müssten wir, ah, wir könnten einen zweiten Holzfäller zu Lambert stecken und dann kann der, macht der eine Brennholz und der andere, zumindest haben wir einen größeren Ausschuss. Ich muss noch ein paar Bretter machen. Macht das Sinn? Also, einer, der hier im Dorf steht und die anderen Sachen macht, macht schon Sinn, glaube ich. Eventuell dann irgendwann mal noch einen zweiten, der außerhalb steht und Bäume reinbringt. Ah, okay, dachte du könntest bald die Dreier bauen, hätte wenig Sinn gemacht. Noch einen zweiten, ja, 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 das ist das, klar. Aber momentan, ich glaube, jetzt fehlen noch die richtig guten Sachen, also die noch besseren Sachen fehlen jetzt nur noch. Wir könnten auch, glaube ich, kein größeres Haus mehr bauen. Bist du noch da, Markus? Ja. Ach, okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass es schon wieder irgendwie... Nachher fliegst du raus, weil mein Internet spinnt und ich mache hier so lustig weiter, weißt du? So, mal eben was trinken. Wollen wir noch ein bisschen happy happy machen hier. Hm, Fleisch mit 43 Prozent, lecker. Bin halt zu sparsam. So, komm, wir müssen das schaffen, bevor die jetzt wach sind, dann können wir... Theoretisch merken sie es gar nicht, aber wahrscheinlich ist das Glücklichsein um 10 Prozent gefallen, weil sie über Nacht kurzfristig woanders eingesetzt wurden. Ah, sie frisst wahnsinnig viele Bretter. Ah, sie frisst wahnsinnig viele Bretter. Das war's, sechs Bretter. Zwölf Bretter brauche ich noch. Okay, dann ist die Hütte fertig. Zwölf Bretter. Hm, 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 hm. Sechs kann ich noch herstellen, verdammt. Di, 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 di. Ready, hi, schönes Lovis. Ja, wir haben ganz schön gebaut. Kerkus und ich machen das ja hier. Ja, wir haben, was habe ich gesagt, 50 Gebäude haben wir, glaube ich, jetzt inzwischen im Dorf stehen, ne? Ja. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Unseren ersten Marktstand haben wir heute auch gemacht. So, das heißt, ich brauche nochmal eben... Ich brauche nochmal eben ein paar Holzstämme. Holz, 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 Holz. Nee, so viel brauche ich nicht. So. Ja, du trägst so viel, wann war nicht? Ba, da, 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 da. Ja, die brauchen auch noch mehr Sitzplätze. Die haben wir schon gemeckert. Ja, da kann ich vielleicht ein paar Meerbretter machen können, dass sie da auch sitzen können. Dann mache ich wieder Bänke. Oder wir machen noch ein Feuer. Inzwischen könnten wir fast auf der anderen Seite auch noch ein Feuer machen. Dann verteilen die sich ein bisschen mehr hier in der Siedlung. Gucke ich gleich mal nach. Erstmal eben den Jäger zu Ende bauen. Damit wir die gleich wieder einsetzen können. Ist schon fast eine Kleinstadt. Ja, ist schon fast eine Kleinstadt. Tatsächlich. Warum reite ich eigentlich nicht? Weil der Weg eigentlich sehr kurz ist. Das ist immer so doof. Aber könnte eine Menge Ausdauer sparen. So, damit ist die Jagdhütte fertig. Das heißt, wir können sofort, bevor sie sogar richtig wieder anfangen zu arbeiten, schon wieder umpacken. Kasimira, die innerhalb kürzester Zeit von 34 Prozent auf 28 runtergefallen ist, weil sie Wasserträger war für eine Nacht, wo sie nicht arbeiten musste. Das will ich hier mal nur mal so festhalten. So, Kasimira wird sofort wieder in die Jagdhütte. Jagdhütte, das müsste jetzt die hier sein. Kasimira wird sofort wieder als Jäger. Messer kann sie auch wieder haben. Kann sie sogar... Oh, die Bronzemesser hatte ich da drin, ne? So, dann kann sie die drei Bronzemesser haben. Kann sie gleich loslegen hier. Wo sie wieder meckern. Und dann... Und dann... Und dann... Wen hatte ich da noch drin? Ich lasse die Küche mal ein paar... Ach, wir könnten Izbjegnjev da reinsetzen. Ich glaube, der war auch als Jäger eingeteilt. Ich lasse die Küche mal ein paar Eierrezepte machen, oder? Mhm. Dann können wir die Eier, bevor die schlecht werden, machen wir mal wieder Rühreier. Ja, Intensität verändern. Dann nehme ich... Die Kohlsuppe. Kann ich die Kohlsuppe nicht komplett rausnehmen? Machen wir die nicht selber? Normal schon. Was ist denn besser für die Leute? Kohlsuppe oder gebratenes Fleisch? Also egal, was es ist. Wir müssten es sowieso selber machen, ne? Ja, komm. Mach ich jetzt rühreier. So. Rühreier können sie ja auch essen. Das ist bestimmt auch gut für sie. So. Hammer. Was fehlt denn da? Gute Frage. Weiß ich nicht. Irgendwas fehlt in der Küche. Boah, es ist auch nicht so wichtig, weil die Küche nicht zu hundertprozentig überlebenswichtig ist. Ach nee, ich hatte so viel in die Scheune reingeschmissen. So viele Leute, ne? Wien kann ich dann da wieder rausnehmen? Die sind noch nicht so glücklich da drin. Wir können mal gucken, Chabor und Sibor, ob die auch jagen können. Dann kommen sie nämlich jetzt beim Jäger rein. Chabor hat eine Zweie im Jagen. Das ist nicht so prickelnd. Sibor hat auch eine Zweie im Jagen. Ja, da müssen sie jetzt einmal mit durch. Wer wäre denn gut jetzt für die Jagdhütte? Jutro-Wui ist schon Jäger. Jutro-Gos ist auch Jäger. Hier. Ja. Der hat eine Drei in Jagen. Dann kommt der da mit rein. Da sind sie schon zu zweit. 20 Prozent hat er jetzt. Ich denke, wir werden damit wieder glücklicher werden. Können wir noch jemanden da reinschmeißen? Alina ist schon. Chabor. Hatte ich gerade eben schon. Ida. Aber die ist als Kräuterkundlerin ganz glücklich. Und ich glaube, wenn wir so Tränke nachbekommen, ist es auch nicht verkehrt. Oh, Sibor ist, glaube ich, richtig unglücklich. Nur gehustet. Ach so, entschuldige. Ich dachte... Bin ich schnell genug an den Knopf gekommen. Okay, ich lasse es einfach mal so. Zuweisung. Zuweisung verwalten. Messer haben sie. Zuweisung bearbeiten. Fleisch und wenn, dann Leder. Wollen wir. Ja. Und jetzt die Prozent. Am meisten Fleisch. Fleisch, Intensität verändern. Honey, was ist los? Jetzt willst du doch raus. Musst du richtig raus? Oh, oh. Moment. Lass mich mal eben ganz kurz den Jäger hier einstellen. Okay. Ich sag mal... Das macht den Kohl, glaube ich, nicht fett. Ich sag mal 80, 20 machen wir. 80 und 20 Leder. So. Intensität bestätigen. Das rettet uns wirklich nicht den Tag. Also, zwei Jäger machen 30 aus. Pass auf. Ich mach das jetzt doch anders. Ich mach jetzt noch dann dritten... Ich versuch mal Sibor da noch mit reinzustecken. Und dann gucken wir mal, ob sich das ändert. Hä, was macht Alina da? Alina war doch gerade eben in der... War die nicht in der Jagdhütte? Habe ich jetzt versehentlich da jemand mit rübergezogen? Oder sind die... Steigen die von... Machen die das jetzt von alleine, dass die jetzt sagen, ich hab keinen Bock auf die anderen, ich geh jetzt da rüber? Assas, hi. Schön, dass du da bist. Hallo. Hat es auch mal gezockt, aber allein macht das nicht wirklich viel Spaß, dass es ewig dauert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich mein, allein habe ich es am Anfang mal gespielt. Aber das, ja, kann schon... Ich glaube schon, dass das alleine nicht ganz so viel Spaß macht, ja. Man kann es aber auch machen. Vor allen Dingen, es kann auch sein, dass es mit dieser Karte hier besser ist, mit dem Oxbow. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich packe Sibu da jetzt einmal rein. Mal gucken, ob er damit glücklicher ist. So, jetzt haben wir da vier Jäger drin. Ich bleib mal ganz kurz hier so stehen. Irgendwie will das Hundi gerade was von mir. Ich bin sofort wieder da. Ja. Warum ist Bred so expensive? Because of the taxes or what? Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Es ist leicht zu sprechen mit mir. Ich habe einfach keine Gespräche über die Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, jetzt brauche ich mal, ich frage selten nach einer Reaktion im Chat, aber jetzt müsst ihr mal eben eine Reaktion reinhauen, weil jetzt weiß ich nicht mehr, WB, okay, Sebo sagt WB, alles gut, okay, gut, das war schon, mehr brauche ich gar nicht Ich brauche nur eine Bestätigung, dass ihr noch da seid So, dann gehen wir gleich ins Verputzen über Ich hab mich gebeilt, bin gerannt Bin auch noch da, sehr gut So, gut, den ist schon warm Was sollen die denn, wenn ich will, dass die zufrieden sind, die sollen glücklich, ihr habt seid gefälligst glücklich, verdammt nochmal Ihr habt's gut bei uns, ich geb mir so viel Mühe, alles zu machen Ich brauche noch mehr Müsste ich sowieso mal wieder machen, ich muss das Nahrungsmittellager und das Materiallager auch noch verputzen Geht ja auch um die Haltbarkeit der Gegenstände Das heißt, ich brauche jetzt Ton und ich brauche Stroh Wir könnten nochmal wieder ein paar Sachen abverkaufen Wir sind schon wieder bei 3057 Kilo in der 4000 Kilo Kiste Oh, wir haben ganz viel Mehl Daraus müssen wir unbedingt was machen Ich werde gleich mal eben was nehmen von den Sachen und verkaufen Dann verschwinden wieder ein paar unnütze Sachen da, die da drin sind Aber ich mache mal eben erstmal einen Ton, 842 Ton Ich glaube, wir können sogar Ton ein bisschen zurückfahren und ein bisschen mehr Kupfer hochfahren Ach nee, die Bretter brauche ich noch Warte, die Bretter brauche ich noch Ich wollte, oh Gott, jetzt bin ich extremst überladen Jetzt ist die Frage Machen wir hier einfach noch mehr Darf vielleicht noch eine Bank hin? Warte mal, dann haue ich die beiden Die beiden hier weg Und mache da noch eine Sitzbank hin Dekoration Sitzgelegenheiten Bänke Einfache Holzbank So, dann mache ich das Was? Keine Ahnung, Kind So, jetzt haben wir noch eine Sitzbank mehr Vielleicht brauchen wir langsam Vielleicht brauchen wir Ich bin überladen, Kind Hör auf, sowas zu mir zu sagen Gibt keine Kreisel oder ähnliches Gut, das ist beruhigend Rinaldo Hi, schön, dass du da bist Ich würde noch ein Feuer machen Vielleicht hier Soll da noch ein Haus hin? Weiß ich nicht Die Frage ist, ob wir irgendwann Obwohl Ja, die Frage ist Müssen wir echt mal gucken Ab wann Kinder arbeiten Und ab wann sie eigene Häuser benötigen Vielleicht sollten wir erstmal Nicht so viele Häuser bauen Aber dann kann ich das immer noch abreißen Ich setze jetzt hier noch eine Feuerstelle hin Das ist eine gute Idee Das mache ich jetzt Ich brauche eben nochmal wieder ein bisschen Brennholz Ich bin so doof überladen Das kann man sich gar nicht vorstellen Gerade bei einem anderen Streamer war es auch weg Aber nur für 15 bis 20 Sekunden Wie, du guckst noch andere Streams neben meinem? Was ist denn da los? Parallel Watching hier Ne, alles gut Ja, hatte ich vorhin aber auch Aber da hatte ich gedacht Das wäre mein Internet gewesen Weil Quercus zur gleichen Zeit auch rausgeflogen ist Und mein Chat auch kurz unterbrochen gewesen ist Hm Merkwürdig und merkwürdiger Oh, Stroh haben wir aber auch einiges inzwischen Kann ich damit noch laufen? Mit über 100? Ja, geht noch Ich könnte ja auch reiten Mein Pferd steht ja noch Ich bleibe immer an dieser Ecke hängen Ich reiße das Ding gar nicht ab Das ist immer an diesem blöden Ich glaube, an dem Dach liegt das oder sowas Neun Togenwurf Ist das eigentlich so viel? Ach, ich mag die Musik auch von diesem Linus Die kann so schön im Hintergrund Plempern Vielleicht sind die Dörfer traurig Weil sie über mangelnde Sitzgelegenheiten beschwärmen Ja, ich baue Ich mache gleich Ich habe schon das Material in der Hand Ich mache da gleich noch eine Feuerstelle hin Aber dafür brauche ich auch noch Brennholz Das mache ich gleich Ich bin voll im Satisfactory-Hype Okay Gab es da irgendwelche Updates oder sowas? Satisfactory habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt Das ist aber auch Das ist zum Beispiel für mich eher so ein Spiel Was ich nicht unbedingt alleine spielen würde Da muss man sich auch in so vieles reinklamüstern Da habe ich momentan überhaupt gar nicht Den Kopf für, glaube ich Aber es ist schon Es ist ein cooles Spiel Ich weiß noch, dass es da zum Beispiel auch einen Arachnophobie-Modus gibt Oder gab zumindest Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist Ich glaube, da konntest du Katzen einstellen Die dann stattdessen zu sehen gewesen sind Ich habe kurz versucht zu reiten Ich hätte es mal tun sollen Das ist echt immer Meine Ausdauer ist immer komplett am Anschlag Ich freue mich jetzt mal morgen auch auf Norman Sky Aber ich freue mich momentan Aber es ist immer wieder schön Wenn du dann wirklich sagen kannst Ich freue mich auf jeden Tag, den ich streame Weil jedes Mal ein Spiel dabei ist Worauf ich mich sehr freue Ich habe mich heute auch wahnsinnig Auf my Devil Dynasty gefreut Und auf Fergus natürlich hauptsächlich Ja schön Ja Ist mir immer wieder ein Fest Und immer wieder eine Freude Mit dir zu spielen Ja Das war eigentlich ein Kompliment Was nicht unbedingt Also du hättest jetzt kein anderes Nein, nicht auch eins raushauen brauchen Das war jetzt nicht meine Absicht Ich wollte es nur mal gesagt haben So Jagdhütte Fertig und voll verputzt Oh An der Kräuterhütte fehlt noch Putz Das habe ich gar nicht gesehen Das sieht man immer manchmal nur in dem Modus Das ist ja doof Schnell ändern Wer macht denn da die Hütte kaputt? Ne, ne Ich habe die Kräuterhütte eben zu Ende verputzt Weil da war noch was Ich glaube dann als nächstes Würde ich das Nahrungsmittellager in Angriff nehmen Weil ich glaube Das hat schon was mit der Haltbarkeit zu tun Der Lebensmittel Die da drin sind Wenn das etwas isolierter ist Müsste eigentlich so ein Kühlschuppen sein, ne Wie man die früher so benutzt hat Und wenn das nicht distractor ist Ich weiß nicht, wie wir das tun Ich weiß nicht, wie wir das tun Ich weiß nicht, wie wir das tun Wir haben schon wieder die Quest weitergemacht. Wir müssen dann lieber die Quest weitermachen. Komm zu nichts hier. Nee, aber wirklich. Ich kann auch nachts bauen. Ich gehe jetzt mal eben solche wie die angeschlagenen Bögen und all sowas gehe ich mal eben verkaufen, damit wir wieder ein bisschen Kohle reinkriegen. Dann müsste ich noch mal wieder Eimer befüllen. Wir haben inzwischen 29 Eisenpfeile. Damit könnten wir auch agieren. Stellen wir eigentlich noch... Wir haben so viele Fackeln. Soll ich mal welche verkaufen? Die bringen aber nicht so viel. Das brauchen wir alles. Hosen mit Manschetten. Naja, da könnte man ein bisschen mehr verkaufen. Aber ich würde lieber erstmal eben die schweren Sachen rausnehmen hier. Ich wollte nämlich hier die ollen Knüppel und sowas. Oder die angeschlagenen Langbögen. Weil wir ja jetzt auf die Recurve-Bogen umgestiegen sind. Na, dann können wir lieber da solche Sachen rausnehmen. Da die stachelbesetzten Knüppel. Raus damit. Ach, die vergifteten Bronzepfeile könnten wir auch verkaufen. Und die vergifteten Kupferbolzen sind aber nur zwei. Gut, dann verkaufe ich noch ein paar von denen. Die sind bei 120%. Dann nehme ich natürlich die hier. Davon ein paar mit. So, dann reite ich jetzt mal eben rüber. Verkaufe ein paar Dinge. Dann baue ich noch das zweite Feuer. Äh, das dritte Feuer ist es inzwischen sogar schon. Damit die nicht meckern können. Das sind nur so sitzen. Das ist wirklich, also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du bist die ganze Zeit, du kommst wirklich da, nicht nur, dass wir die Quest irgendwie nicht schaffen oder sowas. ist es irgendwie. Wir müssten auch eigentlich mal zu einer Mine. Wir haben keinen Sinn mehr. Ja, siehst du? Ähm. Ja, das könnten wir sogar. 511, okay. Vielleicht können wir das sogar kombinieren, wenn wir das doch schaffen sollten, am nächsten Tag, äh, dann doch noch die Quest zu machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Weil da waren, da war, glaube ich, auch eine Mine in der Nähe. Vielleicht kann man die so mitnehmen. Oh. Die vergifteten 18 Bronzefeile bringen tatsächlich 630 Münzen. Ach, er hat, er hat gar nicht mehr genügend Kohle. Ach, haha, er hat nicht mehr genügend Kohle. Soll ich noch mal Flax kaufen? Nee, wir kriegen. Gut, okay. Im Sommer dann. Na gut. Reichlich. Dann fahren wir ein bisschen unsere Produktion zurück. So, dann nimmst du bitte die geistigt vergifteten. Okay, gut. Das war's schon. So long. So long. My friend. So long. So long. So, ich muss gleich mal was essen und trinken hier. Ich vergesse, ich vergesse voll, dass mein Charakter ja auch Hunger und Durst hat. Und dann muss ich noch mal, ja. Ne, ich mache jetzt erst mal gleich die, ähm, die, äh, Feuerstelle, die nächste. Das heißt, wir brauchen Brennholz. Ähm, warte, essen. Oh nein, was ist mit dem Grabungssch... Sag nicht, den fehlen Schaufeln. Ja, da geht's schon weiter. Gut, die müssen wir im Augenblick warten. Ich esse mal eben was und trinke mal eben was. Aber jetzt brauche ich mal eben kurz Brennholz. Wow. Okay. Ich kann da keinen Brennholz rausnehmen. Ich mache mal eben dann Brennholz. Schlammert rutscht mal beiseite. Nein, ich will nur mal eben ganz kurz ein bisschen Brennholz machen, um aufzumeckern. Also wirklich, dauert das lange? Das ist eine, eine vom Chef persönlich verordnete Pause. Also, die du nicht bezahlt kriegst. Wer sich da nicht freuen würde, weiß ich nicht. Die kriegen ja eh nichts bezahlt. Die arbeiten für Brennholz und Essen. Außerdem will ich denen ja jetzt was Gutes tun. Ich will denen ja jetzt noch ein Feuer bauen. Ein Sitzplatz, sozusagen. So, das ist Lagerfeuer. Oh, mir fehlen Steine. Na gut, Steine ist ja nicht das Problem. Stein, Stein, Stein. Außer du brauchst welche, dann sind Steine immer ein Problem. Stein, Stein. So, acht Stück. Das wird jetzt wo reichen. Haben wir trotzdem noch welche mit. Gut, dann da wächst noch ein Baum. Dann einfach hier so, ne? Dann genau da kommt das Feuer hin. Ach, das sind zwölf Steine. Mano! Hier sind so viele Steine überall. So, brauche ich denn jetzt noch ein paar mehr mit. Kann nicht schaden. Dekoration, Feuer, Lagerfeuer. So, das platzieren wir schön hier. Und jetzt kommt Dekoration, Sitzgelegenheiten, jetzt kommen Bänke. Und dafür fehlen mir. Ich brauche ProBank zwei. Das ist gut. Dann kann ich fünf Bänke. Dafür muss ich aber noch fünf Holzstämme haben. Okay. Gut. Ja, die brauchen das zu sehr. Die sitzen da überall drauf. Morgens und abends sitzen die da drauf. Kann tatsächlich sein, dass wenn nicht genügend da ist, was habe ich gerade gesagt? Wie viel brauche ich? Fünf, ne? Ja, das geht auch. Dass die dann anfangen zu meckern, wenn sie sowas nicht haben. Wenn ein Quercus eine Quest kriegt, so von wegen Bau uns Lampen, wir sehen nichts oder sowas, dann kann das schon sein, dass sie da Wert drauf legen. Mmh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, und schubs, sitze da einer drauf. Ich würde aber, also entweder mache ich jetzt nochmal eben zwei, ach wir können auch, genau, ich gucke mal eben, ob ich eventuell, genau, dann kann ich auch noch Sitzbaumstümpfe machen, warte mal, wie rum, so sitzen sie drauf, ne? Falls jemand alleine sitzen will, kann ja sein. So, perfekt. So, und wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Kohle übrig, um uns vielleicht noch ein bisschen Dekoration zu kaufen. Warte eben, was hat, was wollte ich eben noch machen, was hat jemand gesagt? Oh Gott, das ist schon wieder weg. Das Holz habe ich gemacht, was wollte ich denn noch machen? Wir wollten noch weiter vertonen, ne? Ja, das heißt, dafür brauche ich, glaube ich, Stroh habe ich noch, ich brauche noch, ähm, Ton. Ton, 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 Ton. Das klingt sehr kompliziert, gerade, was du da machst, Ginaldo. Drück dir die Daumen. Nicht schon wieder hängen bleiben, gut. Mach ich die Gebäude nochmal eben weiter. Ach so, mehr Beleuchtung an sich, ne? Eventuell noch, noch ein paar von denen. Aber dann brauche ich auch wieder Leinengarn, verdammt. Ne, ich muss irgendwas, wir müssen irgendwas machen, was, äh, günstiger ist. Das Leinengarn brauchen wir, um Klamotten herzustellen, um die teuer zu verkaufen. So, warte mal, das mit Casimira hat sich erledigt. Wir können ja mal gucken, ob sie jetzt wieder glücklicher ist, weil die ja schon wieder abgesackt ist, weil sie eine Nacht mit einem Wasserträger gewesen ist. Marktstand haben wir. Zwei leere Häuser haben wir nicht mehr. Uns fehlt noch eine Frau. Das, äh, die anderen haben wir alle schon belegt. Landwirtschaft brauchten wir keinen. Ja, Leute. Und Bisonenjagd kann ich eigentlich immer auch dauerhaft draufstehen haben. Bisonenjagd brauchen wir immer, gefühlt. So, dann machen wir mal eben weiter. Dreimal schwarzer Kater. Hi, schon du da bist. Wie schwierig ist mit ihr, wenn man das alleine spielen will, also vom Aufwand her. Oh, eine gute Frage. Das Gute ist, ich glaube, im Singleplayer, das kannst du auch im Multiplayer, ne, aber fällt mir jetzt gerade so ein, weil Raydi das vorhin auch geschrieben hatte. Du kannst dir ja, wenn du da kein Problem mit hast, kannst du dir einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad einstellen. Wir haben am Anfang zum Beispiel unsere Jahreszeiten auf fünf Tage hochgeschraubt, weil normalerweise sind sie drei Tage, damit wir am Anfang so ein bisschen mehr schaffen. Und dementsprechend könnte man sagen, kann man sich das ja auch individuell einstellen. Also wenn du sagst, alleine muss ich den ganzen Kram schleppen, du kannst zum Beispiel dein Tragegewicht höher stellen, bis unendlich, glaube ich, ne, kann man das sogar einstellen. Also, das kommt drauf an, wenn du sagst, du willst gar nichts verändern, du willst so spielen, wie es ist, kann es sicherlich ein bisschen länger dauern als alles andere. Weil allein schon, guck mal, wir haben uns aufgeteilt, bauen haben wir am Anfang sehr viel zusammen gemacht, momentan macht Quercus hauptsächlich Landwirtschaft, wir jagen zusammen Tiere und trotzdem sind wir immer alle ausgelastet. Also, du kannst auch den Schaden von Tieren fast oder komplett auf null stellen, dann kannst du relativ schnell und fix jagen und hast dann mehr Zeit für andere Sachen. Ja, also... Du bist halt ständig tot, wenn der böse Wehr kommt. Wenn du Spaß an Medieval Dynasty haben willst und kein Problem damit hast, dir dein Spiel individuell einzustellen, finde ich das überhaupt nicht, also das finde ich sowieso grundsätzlich nicht verwerflich, wenn man das Spiel sich so einstellt, dass man Spaß dran hat. Wenn es von seinen Grundgegebenheiten sonst zu schwer ist oder zu schwierig einstellbar ist, ne. Also, wenn du sagst, du hättest da richtig Lust zu, dann go, ne, go for it und mach einfach. Das ist, äh... Weil ich kann es schlecht sagen, also ich habe vor Ewigkeiten mal, da habe ich eben halt aber noch nicht auf der neuen Karte gespielt, also das ist ja jetzt die Oxbow-Karte, die kannst du übrigens auch im Singleplayer spielen, soweit ich das weiß. Ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar, ne. Lass dir daran den Spaß nicht verderben. Das mit dem Einstellen, das konnte man früher, glaube ich, nicht. Also inzwischen ist es wesentlich spielerfreundlicher geworden. Ich erinnere mich da dran, dass ich ganz am Anfang, als Medieval Dynasty relativ frisch gewesen ist, habe ich es gespielt. Und, äh, ich habe so schnell gefroren, Wölfe waren ein Riesenproblem, sind am Anfang immer noch ein Riesenproblem, ne. Aber ich, ich, ich würde sagen, wenn es dir zu schwer vorkommt, spricht nichts dagegen, mittendrin einfach benutzerdefiniert dir das einzustellen, was du einstellen kannst. Das soll nicht mehr ganz so zäh wie am Anfang sein, aber denke immer noch rechtzeitig intensiv, um vorwärts zu kommen. Ja, das ist es auf jeden Fall, ne. Weil wir sind jetzt, also zu zweit, wo mit Arbeitsteilung und trotzdem immer ausgelastet, warte mal, sind wir im Jahr 8. Wobei wir sagen müssen, also die ersten paar Jahre haben wir die Tage, äh, noch länger, also die Jahre noch länger, Jahreszeit noch länger gemacht. Du kommst kaum hinterher, weil Quest-mäßig kommen wir jetzt auch nicht so wirklich, warte mal, ich gehe mal in die Einstellung, Benutzeroberfläche, Steuerung, wo ist es denn? Ist das Gameplay? Schimpfwortfilter, achso, für den Chat, ja. Falls Kerkus mal fluchen sollte oder sowas. Ja, 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 ja. Seid bloß froh, dass der eingeschaltet ist. Ja. Ähm, Spieleinstellungen einpassen, äh, anpassen. Äh, oh, ich kann das Gebäudelimit hochstellen. Wir sind jetzt gerade bei 100 Prozent mit 70 Gebäuden oder 75 Gebäude, ist egal, aber das können die auch noch hochstellen. Unbegrenzte Lebens-, äh, LLP, unbegrenzte Ausdauer, kein Hunger, kein Durst, unbegrenzt viel tragen. Vergiftung haben wir dran, das sind die normalen Einstellungen, die wir jetzt hier drin haben, ne? Warum sind die Steuern höher als regulär? Was? Was hast du eingestellt? Ne, ich habe, ich habe gar nichts eingestellt, aber es ist, es wirkt wie, okay, keine Ahnung, was das ist. Ne, ich schiebe auch 100 Prozent, alles gut. Wundert mich nur, weil hier 100 Prozent da sind und da sind 100 Prozent da, aber okay. Ne, du kannst, ähm, schnelles Handwerken, schnell bauen, du kannst den XP-Multiplikator höher stellen, den Multiplikator für Technologiepunkte, Multiplikator für Reputationsgewinn, also dein Ruf, ne, dass alles besser wird. Ne, ähm, Nahrungsmittel verderben nicht und zum Jahreszeitenwechsel Dinge übernehmen, ne? Also hier, da hatten wir am Anfang fünf Tage bei der Jahreszeitdauer, Nahrungsmittelbedarf kannst du auch rumschrauben bei den Dorfbewohnern. Du kannst es dir auch schwerer machen, ne? Davon mal abgesehen. Äh, Lebenspunkte von Gesetzlosen, Gesetzlose Schaden, Tiere LP und Tiere Schaden. Also, aufgrund von privaten Dingen komme ich nicht mehr zum Zocken. Dann ist es doch, ganz ehrlich, wenn du, wenn du sagst, aufgrund von privaten Problemen, äh, go for it, stell dir das Spiel so ein, dass es Spaß macht und du einfach abschalten kannst. Weil dafür ist mit dem Deinestigen ein großartiges Spiel. Du hast angenehme Hintergrundmusik, du hast wunderschöne, nette, lustige Quests. Äh, deine, wenn du Dorfbewohner hast, das macht echt Spaß, weil es ist so belebt. Du hast die Tiere, die überall rumrennen. Mach es, hab Spaß an dem Spiel. Hau richtig rein. Pfeif drauf, was andere sonst sagen. Es gibt ja viele Spieler, die das nicht so prickelnd finden, sowas zu machen. Pfeif drauf. Äh, du sollst Spaß dran haben und du sollst abschalten können, wenn du sowas spielst. Mach es einfach. Also, wenn du, es sei denn, du willst es jetzt extra kaufen und überlegst, ob du es dir kaufst. Das solltest du dir natürlich trotzdem überlegen, aber wenn du es hast, hau rein. Spiel, wie du spielen willst. Das ist dein Spiel, das ist dein Ding und wenn du dann, also zum Abschalten ein ganz, ganz tolles Spiel. Es macht so viel Spaß. Du hast zwischendurch, selbst wenn du Stress hast, macht das Spaß. Finde ich zumindest. So, ich wollte noch weiter vertonen, ne? Habe ich, aber die hatte ich jetzt schon gemacht. Jo, Turmbewurf hatte ich gemacht. Sehr gut, weitermachen. Ähm, verputzen. Das Nahrungsmittellager war fertig. Gut, dann kommt jetzt das Materiallager. Wie du es dir gezeigt hast, lässt es sich auch sehr einfach und schnell vorwärtskommen einstellen. Ja, und du kannst es auch jederzeit zurückstellen. Ne, wenn du sagst, jetzt fühle ich mich, äh, jetzt fühle ich mich, ähm, gewappnet. Jetzt kann ich auch mal wieder irgendwas runterstellen oder zurückstellen oder sowas. Kannst du es jederzeit machen. Das ist ja auch das Tolle an Medieval Dynasty. Wenn, dann warte ich wieder auf den Sale, bis das Spiel im Angebot ist. Mach das. Lohnt sich? Mach es. Und dann go for it. Sehr, sehr gerne. Ich könnte Werbung für Bronzehammer machen, ne? Kauf auch du jetzt den Bronzehammer, weil das macht so viel Spaß, weil das Ding geht nicht so schnell kaputt wie so ein blöder Holzhammer. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Der ist jetzt zwar auch schon ziemlich angeschlagen, aber, ähm, der hat jetzt, damit habe ich jetzt schon so viel gebaut und verputzt und abgerissen und gemacht und getan. So, Stroh, 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 Ton, Ton, Ton. Ähm, wollen wir dann am nächsten Tag los die Quest machen und Zinn und sowas holen? Ähm, genau. Dann versuche ich mal eben das Materiallager vielleicht noch fertig zu machen. Dann kann ich auch wieder guten Gewissens erstmal was anderes machen. Ich spiele immer so, wie du es für richtig und gut findest. Genau. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil es ist, äh, da würde ich mir auch nicht reinreden lassen. Na, kompetitiv kannst du immer, hast, dein ganzes Leben ist schon meistens kompetitiv. Also da kannst du dann am Spiel auch wirklich mal, wenn es dir Spaß macht und du nicht den Spaß daran verlierst, genauso spielen, wie du es am liebsten magst. Selbst wenn man mal böse Entscheidungen trifft, das kriegt doch keiner mit. Ja, ich, also Quercus und ich haben relativ, also, nee, wir haben nicht untereinander geheiratet, das ging leider nicht. Obwohl, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob Quercus ja gesagt hätte. Das werden wir nie erfahren. Nee, werden wir nie erfahren. Aber ja, wir sind beide verheiratet. Wir haben auch schon jeweils ein, 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 ein Nachwuchs, ein Kind. Genau, Kinderarbeit. Nee, wir, wir rätseln gerade noch. Also unsere Kinder sind, das älteste, ich glaube, warte mal, Frieda von Quercus, ist das, als erstes kommen, die ist fünf. Und wir rätseln, ab wann die in die Ausbildung gehen können, weil die können ja dann wohl als Azubis als nächstes loslegen. Wir rätseln noch. Wir warten, wann sie endlich arbeiten gehen. Sich eine eigene Wohnung suchen. Die Eltern nicht mehr nerven. Aus dem Saarland? Nein. Ich komme aus, also ich komme aus Bremen. Ich komme aus dem Norden. Ursprünglich aus Niedersachsen. Ich bin in Bayern. Ganz weit auseinander. Und trotzdem können wir zusammen spielen. Das ist das Schöne. Oh, komm schon. Jetzt fehlt... Ein Tonbewurf fehlt mir. Ein Tonbewurf. Was fehlt mir denn für ein Trombewurf? Stroh. Ich brauche noch ein bisschen Stroh. Stroh, 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 Stroh. Und dann muss ich eben schnell noch was essen, damit wir dann gleich am nächsten Tag losreiten können. Damit wir endlich diese komische Blume finden und die Quest beenden können oder weitermachen können. Und in die Miene müssen wir dann noch. Da müssen wir erst mal gucken, dass wir das mit den Banditos hinkriegen, weil die waren ja nicht ohne. Huch. Woher gehe ich nochmal kurz zu meiner Zahnbürste? Ja, mach das. Oh, schön. So. Äh, okay. Davon nehme ich mal nicht ganz so viel mit. Ich versuche mal eben ein bisschen weniger dabei zu haben. Obwohl das schwer ist. Das heißt hier, das Brennholz brauche ich nicht mehr. Die Holzstämme kommen da rein. Die Steine. Stücke. Proton. Und worauf. Äh, das verschenke ich dann nochmal eben. Ich könnte, ich könnte, ich könnte. Ach, das liegt auch nur eins. Die Holzstärke lasse ich mal hier. Ja, das ist sonst nichts mehr. Ja, Bronzepfeile 30. Ich würde sogar ein paar, ähm, Quatsch. Ich würde sogar ein paar Eisenpfeile mitnehmen. Kann nicht schaden, auch wenn doch geht's, vom Gewicht her geht's. Warte, ich denke mir mal. Die machen 55 Schaden. Die machen 10 Schaden mehr. Das kann nicht schaden. Oh. Hm. Oh, Quarkus steht aber gefährlich. Am Pferd. Ähm. Ähm. So. Dann noch was zu essen mitnehmen. Oh, wir haben so viele Eier. Gott, haben wir viele Eier. Können wir inzwischen eigentlich, wenn wir Milch und sowas haben, können wir nicht mal was richtig Leckeres machen? Ähm, Apfelkuchen oder sowas. Wir haben Milch, wir haben Eier. Ich nehme mal ein bisschen Eintopf mit. Und ich nehme auch den mit, der am wenigsten Prozente hat. Ich opfer mich. So, dann mal eben was essen. Zack. Zack. Jetzt sind wir wieder auf 100. Sehr gut. Ähm. Okay, jo. Essen, trinken, alles soweit voll. Dann, ähm. Oranus, hi. Schön, dass du da bist. Endlich daheim. Willkommen zu Hause. Wieder da. Bebe. So. Ich habe mir mal ein paar Eisenpfeile aus der Kiste genommen, weil die machen 10 Schaden mehr. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Den Witz hatte ich aber eben schon gebracht. Aber du warst ja nicht da. Ja. Also hast du ihn nicht gehört. Jetzt hast du ihn aber gehört. Jetzt musst du lachen. Oh. Oh Gott, wird dann nicht besser. Nee. WB, sagt sie wo. Dankeschön. Aber Lissi scheint tatsächlich ein Problem zu haben. Noch nicht mal im Discord schreibt sie was. Wenn ich streame, gucke ich nicht in den Discord. Aber ich habe es gesehen. Fallout London ist draußen, Assas. Fallout London ist draußen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das runtergeladen bekomme, weil das wird ja riesig sein. Und dann ist es auch noch auf Englisch. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mit meinem Englisch. Ich verstehe die Quests bestimmt nicht. Oh Mann, ich will Fallout London. Also nicht jetzt. Natürlich nicht jetzt. Aber. Oh, warte. Den Kupferhammer kann ich auch hier lassen. Alles, was wir weniger haben, können wir nachher mehr an Erze schleppen. Und die leere Holzschale kann ich auch dann da lassen. Dann muss ich nochmal eben ganz kurz nach Hause. Muss man ganz kurz eben noch meinem Mann ein Küsschen geben. Oder schläft er noch? Schläft noch! Könnt ihr mal aufstehen? Schatzi? It cannot be. My wife wishes to speak to me. Ja, ich will mit dir sprechen. Ich habe sogar was für dich. Ich habe was für dich. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Hier, Bernsteinfigur. Oh, 91% haben wir wieder. Gott sei Dank. Mein Mann ist materialistisch veranlagt. Okay. Pass auf dich auf. So long. Alice, 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 Mami hat was für dich. Diese Person ist mir überhaupt nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Okay, ich packe das Holzdreh erstmal weg. So, ich habe so wenig dabei wie möglich. Habe ich, warte mal, habe ich denn eine Spitzhacke? Nee, habe ich nicht. Haben wir noch irgendeine angeschlagene, gebrauchte Spitzhacke im Lager liegen? Ich gucke mal eben ganz kurz. Dann müsste eigentlich noch eine Bronze-Spitzhacke sein. Ja, das ist ja perfekt. Bronze-Hacke. Nee, das ist eine Hacke. Bronze-Spitzhacke. Da. Dann nehme ich die nicht mit. Die hält schön lange. So. Eisenpfeile auswählen. Und Bronze-Spitzhacke auf die drei. Ausrüsten auf die... Nee, auf die vier. So. Okay, gut. Cool. Okay, ja. Dann können wir meinetwegen los. Ich habe Essen. Trinken. Ich habe meinen Bogen. Ja, besser wird es, glaube ich, nicht. Dann habe ich die Quest markiert. Immer grünen Blume ist markiert. Und auf der Karte ist es da oben. Siehst du die Quest auch? Oder soll ich mal eben eine Markierung hinsetzen? Machen wir beides. Ups. Das kann auch sein, dass es unten am Strand ist. Weißt du? Wir werden sehen. Vielleicht können wir sogar hier unten den Weg hier lang reiten und mal hier unten gucken. Weil vielleicht wächst die dann. Da müssen wir gar nicht die ganze Festung auseinandernehmen. Das wäre vielleicht sogar am besten, weil sonst sterben wir das daran noch. Das heißt, da ist Klonika. Wie reiten wir denn? Wir können direkt hier Piestovia den Weg und dann da lang reiten. Okay, gut. Ja. Bereit? Ja, ja. Okay, gut. Dann los, bevor noch irgendjemand was von uns will. Oh Gott. Überall Leute. Vor London sind fast 33 Gigabyte. Okay. Ja, kein Ding. Es ist halt nur... Ich hoffe, dass mein PC das irgendwie alles schafft und bekommt und... Keine Ahnung was. Dann haben wir es aber doch relativ schnell hinbekommen. Das ist echt cool. Oh, hier oben sind Elche. Okay. Ich habe da ein bisschen Angst vor, weil ich weiß nicht, ob mein Englisch tatsächlich gut genug ist, um die Quests richtig genießen zu können. Aber ich würde es gerne versuchen. Einfach der Hammer, dass Fans eine so riesige Mod erschaffen können. Ja, aber... Apropos Fans, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht genau, was Shure AI dazu bewirkt hat, aber die haben Enderal erschaffen. Also guck dir das mal an. Was die ja aus Skyrim gemacht haben. Bezeit, dass 4 und 8 Terabyte SSD endlich billiger werden. Ja, Gebiet Fuchs entdeckt. Warte, jetzt sind wir oberhalb, ne? Moment, guck mal auf die Karte. Jetzt sind wir da. Wir müssen den linken Weg, der müsste zum Strand runterführen. Hier! Von vorne an der Gabelung. Und ich glaube, da war auch eine Höhle. Da müssten aber Wölfe gewesen sein, wenn ich mich da noch daran erinnere. Hier unterhalb von uns müsste eine Höhle sein, aber ich glaube, der Weg führt da hin. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Das wird schon, denke ich, so schwer wird das mit dem Englisch nicht sein. Und ich denke, da wird bestimmt auch noch einen deutschen Textpatch geben. Ja, vielleicht warte ich da mal ab. Dann kann man das auch mehr genießen. Das ist ja nicht nur für meinen Englisch, sondern vielleicht auch dann zum Zuschauen ein bisschen angenehmer. Aber vielleicht kommen wir da tatsächlich ohne Kampf. Wenn das hier unten am Strand wächst. Spielst du doch im Stream, dann können wir dir in Echtzeit weiterhelfen, Notfall. Ja, ich glaube, wenn, dann würde ich das sowieso machen, im Stream spielen. Was ist das, eine Kiste? Okay, angeschwemmt worden. Interesting chest. Oh, diese Truhe mag wie jeder andere aussehen, aber du spürst etwas Ungewöhnliches an ihr. Ähm, sieh die Truhe genauer an. Ich kann sie nichts lassen. Dieses Hölzene Behältnis sieht genau wie jedes andere aus, das du je gesehen hast. Trotzdem ertappst du dich dabei, wie du einen inneren Monolog führst, anstatt es einfach nur gedankenlos zu lehren. Ich denke mir immer was dabei. Denk über das Wesen des Lebens an sich nach. Denk über deine Kindheit nach. Philosophiere über die wahre Bedeutung der Liebe. Über das Wesen des Lebens denke ich nach. Du gräbst, du düngst, du pflügst, du säst, du wässerst, du erntest und dann beginnst du von vorne. Genauso wie du aufwachst, hart arbeitest und wieder schlafen gehst. Ein neuer Tag, eine neue Verantwortung. Bis du eines Tages nicht mehr aufwachst. Oh, wie traurig. Aber deine Nachkommen werden es und beginnen den Kreislauf von Neuem. Das Leben ist eine endlose Reise. Egal wie schnell du läufst, du wirst die Ziellinie nie rechtzeitig erreichen. Kämpfe gegen den Drang an, in eine weitere Falle zu tappen, die dir dein eigener Verstand gestellt hat. Und konzentriere dich auf die Truhe. Versuche den Deckel zu öffnen. Lute endlich! Das enttäuschendste Ergebnis ist, dass du feststellen musst, die Truhe ist leer. Entferne dich von diesem seltsamen Einrichtungsgegenstand, bevor du dich für immer in deinen Gedanken verlierst. Blöde Truhe! Okay. So ein Ärger. Move on! So, irgendwie wächst die hier unten. Gute Frage. Oder müssen wir doch nach oben? Oh, ich glaube, das ist oberhalb. Auf der Karte ist das so schwer zu sehen. Ich höre Witcher-Musik und irgendwas keucht mir gerade von hinten rein. Ich bin's nicht. Ich komme wieder runter. Du bist oben? Ja. Da war aber nichts, außer Witcher-Musik. Naja, da oben sind ja die Banditen. Vielleicht haben die dich ja schon... Ich habe keine gesehen. Okay, ich steig mal ab. Vielleicht ist die doch hier unten. Nicht, dass die jetzt von oben hier runterschießen, ne? Aber ich befürchte... Felsen blockiert. Zweige sammeln. Ich befürchte... Johanniskraut. Oh! Nee. Hä? Das sind Sukkulenten. Immer Grünblume. Das sind Sukkulenten. Untersuchen. Du bemerkst ungewöhnliche Pflanzen, die in einer Klippe wachsen. Du bist daran gewöhnt, dass Pflanzen Erde benötigen. Aber diese hier scheinen aus dem Felsen selbst zu sprießen. Ja, das sind Sukkulenten. Sieh genauer hin. Die Pflanzen haben die Form von grünen Rosetten. Ihre Blätter sind zäh, aber fleischig. Sie entsprechen der Beschreibung einer immer grünen, widerstandsfähigen Pflanze. Unberührt vom Wechsel der Jahreszeiten. Äh, versuche ein Exemplar... Nein, nicht mit bloßen Händen. Verwende ein Messer, um vorsichtig ein schönes Exemplar abzuschneiden. Du schneidest vorsichtig ein schönes, intaktes Exemplar ab. Sedowin dürfte zufrieden sein. Entferne dich von der Klippe. Ich hab sie. Na dann. Musste man doch nicht mal nach oben. Das heißt, wir können jetzt in die Mine. Cool. Blöde Truhe. Ich möchte sie zerstören. Ist da einfach kein Loot drin. Ich denke mal, aber die hätte bei jeder Variante, wäre da kein Loot drin gewesen. Gehe ich einfach mal ganz stark von aus. Ich glaube auch von der Community, was aber bei so einem Projekt nicht schlecht sein muss. Ne, ich glaube Fans können sogar mit das Beste machen, weil sie oftmals Spiele nochmal mit ganz anderen Augen sehen. Na, das ist es eben halt. Das soll eine deutsche Übersetzung folgen. Ja, ich glaube, dann warten wir auf die deutsche Übersetzung, ne. Aber ich werde dann wieder hinten anhängen, wie mit allem anderen auch. Ne, da werden wahrscheinlich alle, werden dann schon Fallout London spielen. Nur Lissi ist wieder komplett abgehängt. Aber wir machen das einfach. Äh, hier links ist die Höhle. Ich weiß noch nicht, ob da Wölfe drin sind. Ich sehe nichts. Nö, sieht gut aus. Okay, ich stelle mal die Pferde zusammen. Raider sind Raider und werden von mir freundlich mit der Waffe begrüßt. Ja, das sowieso. Sind da Wölfe? Ich habe nur versucht irgendwie die, den Bogen auszuwählen. Achso, gut. Ich höre kein Jaulen. Scheint gut zu sein. Salz. Zinn, ja, perfekt. Geh mal, links. Ja, nee, super. Es ist leer, glaube ich, ohne, ich sage mal jetzt, gefahrlos Zinn. Zinn ist das Hauptgrund, was uns fehlt, ne? Mhm. Gut. Ist auch zum Glück sehr viel hier. Ja, ja, die Höhle mit Wölfen, genau. Weil Quertus und ich sind ja am Anfang relativ viel von der Karte schon abgelaufen. Oder abgel... Ja, doch, abgelaufen. Abgeritten. Haha, wäre zu vieles blieben gewesen. Ja, so war es bei Uru zum Beispiel. Du müsst online habe ich nie eine andere Sprache als Englisch, aber Fans haben für Cyan das komplette Spiel, inklusive Bücher und so in allen möglichen Sprachen übersetzt. Und das ist jetzt auf dem offiziellen Cyan-Server. Ja, das ist, glaube ich, eine Menge. Also oftmals hören auch Entwickler tatsächlich auf die Fans, weil Fan heißt ja nun mal, dass du einem etwas sehr so gerne magst, dass du ihm nur was Gutes willst und nichts Schlechtes, ne? Ein Spiel erstmal etwas reifen lassen, bevor man das spielt, ist ja häufiger nicht verkehrt. Ne, das denke ich auch. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber runterladen werde ich mir trotzdem wahrscheinlich schon mal. Vielleicht gucke ich da auch schon mal rein und gucke mir an, wie das läuft. Vielleicht geht es auch einigermaßen. Ja, Bugs, genau. Kann nicht schaden. Spontos zeigt in der Mine nach, ja. Genauso wie Tiere, Gegner und all sowas. Wobei, so die großen glaube ich erst, wenn eine neue Jahreszeit ist. Äh, Zinn. Oh Mann, ich glaube, ich bin komplett durch. Wieso? Was ist los? Was hast du gemacht? Zu viel wahrscheinlich wieder, ne? Ja, Salz braucht man noch nicht so viel, weil wir nicht so viel gesalzene Sachen herstellen. Ich schätze, die Qualität von Ford London wird besser sein. Äh, so einige kommerzielle Spiele, aber bei der Größe gibt es anfangs sicher trotzdem einige Probleme im Bugs. Das kann gut sein, ja. Jede Jahreszeit, genau. Wir haben aber auch, äh, manche Sachen schon vorher abgebaut. Also wenn du zum Beispiel in der Mine bist, kannst du auch am Anfang, auch wenn du mit Eisen noch nicht viel anfangen kannst, kannst du trotzdem schon ab und zu was mitnehmen. Weil dann hast du es dann, wenn du es brauchst. Man muss aber auch bedenken, dass die Truhen endlich sind. Was ich ganz schrecklich finde. Schaue die ganze Zeit hier immer wieder rein, sehe nur den Offline-Screen, denke, worüber schreiben die alle? Hab gemutet und kein F5 gedrückt, da hätte ich morgen auch noch davor sitzen können. Ja, im Zweifelsfalle einfach in den Chat schreiben. Das kannst du ja sogar, wenn ich offline wäre, kannst du reinschreiben. Und entweder ist jemand da, der das sehen kann oder halt nicht, ne? Deswegen musst du nicht an dir zweifeln, Assas. Man kann mehr Truhen und Lager bauen. Ja, definitiv. Wir haben inzwischen auch schon unser zweites Nahrungsmittellager und unser zweites Materiallager gebaut. So, ich muss mal ein bisschen was ins Pferd bringen. Theoretisch können wir so viel, wie wir wirklich jetzt abbauen können, einfach mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind, ne? Ja. So, 31 Kupfererz. Ja, selbst das Salz könnten wir schon mal mitnehmen. 40, 10 Kilo kann mein Pferd noch, okay. So, mehr geht nicht. Den Rest muss ich schleppen. Aber mein Pferd muss mich ja schleppen. Das ist schon ein bisschen fies eigentlich. Das ist das Salz? Ja, das Salz. Ja, Salz muss nicht unbedingt. Wichtiger sind tatsächlich die anderen Sachen. Mir hat ja auch keiner gesagt, dass ich mal refreshen soll. Tolle Kollegen hier. Habe zwei Materiallager. Zwei in meinem Dorf und die 4000 Lagerraum bisher noch nicht voll gehabt. Ja, aber vielleicht kann Uranus das auch besser beantworten. Ich wurde jetzt schon zweimal gefragt, wie es im Singleplayer ist. Uranus. Du spielst auch Oxbow, ne? Also die Oxbow-Karte. Es dauert wahrscheinlich alles länger, ne? So habe ich das auch schon bis jetzt erklärt, als wenn man es zu zweit spielen würde. Ja. Weil, äh, Raydi hatte vorhin schon einmal gefragt und ein dreimal schwarzer Kater hat auch gefragt, wie das so ist, im Singleplayer das zu spielen. Ich denke mal, es macht aber trotzdem Spaß. Das kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Ihr seid gerade in der Höhle, um die mein Dorf herum gebaut ist. Ach, warum bist du nicht hier? Das ist aber auch ein schöner Platz hier, weil das Wasser auch flach ist. Wir haben einfach damals das genommen, was am dichtesten dran ist, damit wir loslegen können, ne? Vielleicht hätten wir wählerischer sein sollen. Keine Ahnung. Ich bin aber ganz zufrieden, ne? Weil wir vielleicht auch zu dicht an Piastovia dran sind. Aber dafür ist es halt praktisch, weil, äh, wir schnell verkaufen können und solche Sachen. So, langsam, obwohl, ich glaube, wir haben hier schon ganz gut abgelootet. Ja, ist wie Multiplayer nur nochmal etwas langsamer, beziehungsweise mehr Aufwand. Ich hoffe echt, die Entwickler passen die Werte für die Technik an. Du meinst wegen den Punkten, das Erreichen der Punkte, um Sachen freizuschalten, ja. Das stimmt. Da wollte ich auch nochmal gucken. Oh, hier ist überall schon gar nichts mehr. Wir haben tatsächlich... Nee, ich glaube, wir haben es... Hier ist noch ein Kupfer. Tja. Gut, und überall liegen natürlich Steine rum. 10.000 für Windmühle und Taverne, das ist einfach zu lang. Ja, wir krebsen uns jetzt auch gerade so hin. Na, also... Ja, inzwischen nehmen wir sogar schon Salz mit. So leer haben wir die jetzt gerade gemacht, die Höhle. Hä? Ach, das bist du gerade gewesen. Ich wollte gerade sagen, wer redet denn hier? Ja. So, mehr geht wirklich nicht. Ich glaube, ich werde langsam nach Hause müssen. Ich kann auch nichts mehr. Also ich hätte noch... Ja, das geht aber. Du musst nur was trinken. Ja, trinken ist eine gute Idee. Ich reite aber zum Wasser. Oh, ihr habt Gebietende entdeckt. Ja, mache ich gleich nochmal. Ich mache gleich, wenn wir zu Hause sind und dann die ganzen Ärzte wieder verarbeitet haben. Dann gucke ich dann gleich nochmal nach der Technologie, weil ich wollte schauen... Wobei, inzwischen haben wir ja das Wichtigste schon erreicht, ne? Also wir haben ja... Die Mine, 4200. Es fehlen noch 800 Punkte, bis wir die Mine bauen können. Die Bauhütte. Arbeiter, die hier beschäftigt sind, reparieren ausgewählte Gebäude. Aha. Wow. Und Materiallager 3. Mhm. Fischerhütte ist dann das Nächste. Da brauchen wir noch 500 Punkte für. Der Bienenstock, 5000. Brauchen wir auch noch 500 Punkte für. Okay, das wäre dann als Nächstes sehr interessant. Ja, stimmt. Die Windmühle, 10.000. Das ist natürlich ganz schön knackig. Werkstatt 3, Schmiede 3, Nia 3 und dann die Schenke auch mit 10.000. Da sind wir auch noch ziemlich... Also da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Da gebe ich dir recht. Aber vielleicht kann man dann mit den erweiterten Sachen dann auch schneller die Punkte erreichen, die du dann freischaltest. Werkstatt 3. Dann kann man endlich Handlaterne und sowas machen. und auch bessere Deko-Sachen. Karren, okay. Schmiede. Dann kann... Oh, mit 5000 Punkten können wir erst die ganzen Eisensachen machen. Ja, das ist ganz schön knackelig. Ja, wir können eigentlich auf dem gleichen Weg, wenn wir jetzt hier irgendwo hochreiten und auf den Weg kommen, können wir wieder zurück. Wir müssen ja eigentlich jetzt auch noch den Quest-Marker nur hinterher. Weil wir das ja bei Seedowin abgeben sollen. Muss hier nicht irgendwo der Weg sein? Doch, da ist er. Okay. Oh, warte mal. Wie weit ist Klonika von hier entfernt? Weil ich gerade überlege, ob ich nochmal nach Arbeitern gucke. Wenn wir schon mal hier oben in Klonika... Dann kannst du schon mal nach Hause. Ich reine mal eben nach Klonika und gucke nochmal, weil wir brauchen noch eine weibliche Fachkraft. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich den Spielstand so lange spiele, dass ich 10.000 erreiche. Oh, war das links oder rechts? Ach, ich bin ja der gelbe Pfeil. Ja, dann ist er richtig. 3.000 fände ich sinnvoll. Man will ja auch was von dem freigeschalteten Zeug haben und nicht nur kurz am Schluss sagen, na endlich, dann spiele ich die, installieren. Hm. Ja, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, also... Ja... Aber ich glaube, dafür haben... Also auch wenn das vielleicht bei einigen an der Ehre rührt, du kannst ja theoretisch auch die XP hochschrauben, wenn du sagst, du erreichst es nicht oder sowas, ne? Also deswegen würde ich das nicht frustig verlassen wollen, das Spiel. Ja. So, ich gucke nochmal eben in Klonika, weil ich da sowieso so selten hinreite. Ob wir eventuell da noch jemanden finden, den wir mitnehmen können nach Hause. Also Klonika ist wirklich eins der Dörfer. Wenn wir da nicht zwischendurch so viele, also einiges an Quests gehabt hätten oder eben halt so eine Hauptquest gehabt hätten oder sowas, dann wäre ich da gar nicht so oft hingeritten. Das ist bei mir eher so vernachlässigt hier. Werd ich wohl auch bald machen. Was wäre sonst schade, wenn man die Hälfte vom Spiel nicht sieht, weil der Grind den Spaß killt. Eben, also das sollte nie den Spaß eines Spiels. Und ich finde das in Ordnung, ne? Wenn man dann so denkt, das ist zu hoch, zu schwer zu erreichen. Mensch, hoch damit, ne? Du willst doch Spaß haben an dem Spiel. Und das macht auch wirklich Spaß. Es ist ein tolles Spiel und dann sollte man sich den Spaß daran auch nicht verderben lassen, indem man sagt, ja, das ist zu unfair berechnet, wenn die Entwickler doch extra diese Möglichkeit, das zu ändern, reingebracht haben. Na, die haben sich vielleicht auch gedacht, dass es einfacher ist, bevor wir das komplett ändern, machen wir es so, dass du es Benutzer definiert, jederzeit ein- und wiederumstellen kannst. Also von daher. So, okay, ich brauche noch einen weiblichen Mitarbeiter. Es sind nur zwei Frauen hier, okay. Wow. Zwei, zwei, drei, zwei, eins, eins. Fischen und Handwerken könnte ich zur Not drauf verzichten. Das würde funktionieren. Erwina. Zwei, zwei. Zwei, zwei, drei, eins, zwei, eins. Ja, ich nehme Unis Lava jetzt mit. Die ist 22, das ist okay. Ja, ich nehme Unis Lava mit. Wird jetzt die letzte. Und dann hoffen wir, dass irgendwann mal der Kindernachwuchs kommt, weil die müssen wir ja auch irgendwann unterbringen, ne? So, ich nehme dich mit. So, jetzt aber erst mal genug mit rekrutieren. Unis Lava. Erst mal sofort in das letzte, in den letzten freien Platz stecken. Oder Grabungsschuppen. Stimmt. Der Grabungsschuppen hat keine Schaufeln mehr. Das war es vorhin. Okay, Schaufeln muss ich machen. Häuser. Unis Lava kommt zu Sibor. Der ist auch schon ganz traurig, dass er niemanden hat. Unis Lava kommt da rein. Und dann packe ich dich. Was kannst du denn gut? Haben wir bei den Jägern noch was frei? Kannst du jagen? Unis Lava. Sie werden Ersatz, wenn wir bei den Tieren, wenn jemand fehlt. Das ist gut. Und so lange würde ich sie einfach bei den Jägern reinstecken. Ja. Dann geht sie zu den Jägern. Wir haben ja noch einen Platz frei. Und Jäger brauchen wir. Brauchen wir. Ohne Ende. So. Dann kommt Unis Lava. Unis Lava. Jetzt da rein. So. Hat sie auch gleich einen Job. Gut. Nach Hause. Grabungsschuppen. Schaufeln. Da haben wir jetzt endlich wieder Material. Das heißt, ich kann ein paar Bronze-Schaufeln machen. Dann können die weitermachen. Ob der schon arbeitet? Wie alt war der? Wie alt war das Kind? Geht der schon Arbeit? Er nicht fragen sollen, ob der schon Arbeit hat. Ich liebe Heroes. Aber ich will sie nicht. Die Mechanik mit Kindern ist ja auch fies, wenn man sie nicht kennt. Okay. Bei mir waren es auf einmal fünf von zwölf Leuten im Dorf im Mutterschaftsurlaub. Hatte das nicht erwartet, dass die dann komplett ausfallen. Im Beruf. Da war das Dörf hier eine ganze Weile in Schräglage. Das glaube ich. Ja. Wenn die dann zu schnell, zu früh. Also bei uns hält es sich momentan. Also ich finde, das geht eigentlich bei uns. Wir haben jetzt gerade momentan drei oder vier Schwangere. Und ich versuche immer, Leute zu nehmen, die relativ begabt sind. Wir haben es ja auch darauf ankommen lassen und wussten nicht, was passiert, wie lange die ausfallen. Ich glaube, die sind, sind die ein Jahr oder sowas, zwei, drei Jahreszeiten ausgefallen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe da noch nicht drauf geachtet. Also es geht eigentlich. Bei uns ist es relativ ausgewogen jetzt. Drei Jahre. Okay, ja. Was ich irgendwie cool finde, weil das ist so der Mutterschaftsurlaub. Wobei Mutterschaftsurlaub klingt echt scheiße. Das wissen Arbeitgeber aber nicht. Ja, ja, Mutterschaftsurlaub. Als wenn Mütter dann Urlaub haben. Kann ich auch ein Lied von singen. Witzig. Seht ihr, wie ein Besuch in die Quest abzugeben? Ja, ich weiß nicht, ob der nachts für mich aufsteht für die Quest. Na, es ist ja jetzt Nacht. Bei manchen Quests geht es. Bei den meisten bleiben sie liegen und sagen, die Person möchte mit dir mal gerade nicht reden. Aber mache ich auch gleich noch. Ich kann gucken, ob er mit mir redet. Ich reite mal im Querfeld ein. Ja, Urlaub. Ja, es ist voll der Hohn. Meine ehemalige Chefin hat auch immer gesagt, da war ich aber noch nicht von betroffen. Das war dann erst wesentlich später. Das war dann aber eine Kollegin. Hat er dann auch gesagt, ja, so mit mit Müttern könnte sie nicht so gut arbeiten. die hätten ja so eine so eine Mutterschaftsdemenz. Weil, konnte sie aber auch nicht so erklären. Die würden dann ja alles vergessen und keine Ahnung was. Das ist, das war schon so abfällig. Ja, hätte bei mir alle Alarmglocken losschlagen müssen, aber gut. Ja, ja, ja. So, Sedowin ist zu Hause, ne? Ja. Was machen wir denn mit der sauren Milch? Kann man damit irgendwas... Ich weiß nicht, ob man dann nachher, also theoretisch ja sowas vielleicht wie Quark oder Käse, ne? Denke ich mir mal. Davon haben wir jetzt ohne Ende. So, ich gebe mal eben ab bei Sedowin. Meine Lieblingspatientin ist zurück. Ha! Hast du gehört, Quercus? Ich bin sein... Ach gut, du bist sein Lieblingspatient. Ich bin seine Lieblingspatientin. Ich verstehe es, alles klar. Ich habe alle Zutaten für einen besonderen Trank gesammelt. Ich wünschte, es wäre mein Trank. Leider weiß ich nicht, von wem das Rezept stammt. Trotzdem danke für deine Hilfe. Warum ist es so wichtig, wer das Rezept erfunden hat? Mirogots Trost scheint Wunder zu wirken. Obwohl es eine sofortige beruhigende Wirkung hat, ist die Möglichkeit der Überdosierung nicht ausgeschlossen. Leider reicht die Behandlung eines einzigen Patienten nicht aus, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für einen Test Freiwillige gäbe. Oh, oh. Oh, ich bin sicher, es würden sich vielfältige Testobjekte finden, wenn die Zutaten nicht so schwer zu beschaffen wären. Aber belassen wir es dabei, ich bereite das Gebräu zu, sobald ich einen Moment Zeit habe. Meine Patienten machen es mir in letzter Zeit nicht einfach. Die Hälfte von Piastovias Einwohnern hat begonnen, dieselben seltsamen Symptome zu entwickeln. War ich so lange weg? Nichts dergleichen. Die Bewohner der Stadt beschreiben akustische Halluzinationen, gefolgt von Angstzuständen und Verfolgungswahn. Dann ist doch irgendwas im Wasser drin. Irgendjemand manipuliert die doch, oder? Jemand berichtete von Monstern, die an den Wänden kratzen. Ein anderer belauschte Gesetzlose, die in seinem Abtritt Pläne schmieden. Und eine Frau hörte das Stöhnen der angeblichen Geliebten ihres Mannes vom anderen Ende der Stadt. Ähm... zu sehr betrunken, nicht genug geschlafen. Ich glaube, ich habe ähnliche Symptome. Nein. Das klingt schlimm. Gibt es noch mehr Fälle wie diese? Diese Fälle sind nur der Anfang. Es wird noch mehr geben. Ich muss in der Nähe meines Arbeitsplatzes bleiben und mich bereithalten. In der Zwischenzeit könntest du eine Wasserprobe aus dem Stadtbrunnen entnehmen. Das ist mein einziger Anhaltspunkt, der eine so schnelle Ausbreitung der Infektion erklären könnte. Hast du nicht mal gesagt, dass da so ein Höhlensystem unter Piastovia ist? Ja. Das ist eine Verschwörung. Definitiv. Klar helfe ich dir. Okay. Nimm eine Wasserprobe aus dem Brunnen der Stadt. Gut. Jetzt legt er sich hin. Okay. In der Dunkelheit verfangen. Trost braun. Was? Wo ist denn der Brunnen in der Stadt? Habe ich den schon mal gesehen? Ach, das ist der genau hier. Der ist genau hier in der Mitte. Aber der ist so zugestellt. den sieht man gar nicht richtig. Gut, dann nehmen wir mal eine Probe. Piastovia ist Brunnen untersuchen. Für Quests kann man NPCs eigentlich immer ansprechen. Nur zum Handeln stehen sie nicht auf. Ich habe schon bei einigen Quests gehabt, dass sie nicht mit dir reden wollten. Kann sein, dass es bei kleinen Nebenquests ist oder sowas. Es ist ja schon Leute mit dem Pferd über den Haufen reiten. Ja, das funktioniert zum Glück, wenn sie dir im Weg stehen und du nicht reinkommst oder sowas. Mutterschaftsdemenz, ja, hat sie tatsächlich gesagt. Über meine, also praktisch über, also sie hat es verallgemeinert, über Frauen, die Kinder gekriegt haben, dass sie danach Mutterschaftsdemenz haben und dann auch nicht so gut zu gebrauchen werden zum Arbeiten, hat sie mir erzählt. Und danach war ich dann irgendwann schwanger. Toll. Die spinnt doch so was zu sagen. Ja, das war sowieso ganz schwierig. Das war sehr, sehr schwierig. Das hat auch nicht gut geendet, das Arbeitsverhältnis. Klingt nach Sukkubus? Da muss was im Wasser sein, definitiv. Wir untersuchen jetzt den Brunnen. Du näherst dich dem Brunnen, an dem du wahrscheinlich schon einige Male vorbeigekommen bist. Auf den ersten Blick ist daran nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Sieh dir den Brunnenschacht genauer an. Das Innere des Brunnens ist fast vollkommen dunkel. Du kannst die schwache Spiegelung von Licht an seinem Grund kaum erkennen. Fülle Seedowins leeres Fläschchen mit dem angeblich verunreinigten Brunnenwasser. Das Wasser scheint klar und sauber zu sein. Du verschließt das gefüllte Fläschchen sorgfältig. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Die Probe muss einem Fachmann übergeben werden. Verlasse den Stadtbrunnen. Gut, haben wir. Ja, ich hoffe, ich kann ihm das jetzt noch geben, auch wenn er schläft. Ja, da manipuliert jemand dran rum. Ist klar, ne? Also, wenn so viele Leute bei einem oder zwei kann man ja noch von irgendwas anderem vielleicht reden, aber wenn so viele Leute Probleme haben. Seedowin? Bringst du mir, um was ich gebeten hatte? Genau wie du wolltest. Hier ist eine Wasserprobe des Stadtbruns. Ah, danke für diesen kleinen Gefallen. Ich hoffe, du hast nicht aus dem Fläschchen getrunken oder deinen Finger hineingesteckt. Das könnte die Probe verunreinigt haben. Ich habe nichts dergleichen getan. Prächtig. Ich will nicht, dass meine Forschungen umsonst sind. Außerdem möchte ich nicht, dass du zu halluzinieren beginnst, denn es gibt noch mehr, um das ich dich bitten muss, für mich zu tun. Natürlich, ich liebe es zu helfen. Nur wenige der Betroffenen haben sich bei mir gemeldet. Es gibt sicher noch mehr nicht gemeldete Fälle, die Licht in diese Sache bringen könnten. Bitte sprich mit einigen der Bewohner der Stadt. Ich werde mich umsehen. Befrage die Stadtbewohner zu den seltsamen Meldungen. Können wir das jetzt im Dunkeln auch noch machen? Ich versuche es einfach mal. Obwohl, wahrscheinlich ist die Nacht sowieso gleich vorbei. Mal gucken, ob ich noch jemanden befragen kann, bevor es die nächste Jahreszeit ist. Bogudan, was kann ich für dich tun? Es gab einige seltsame Berichte von Stadtbewohnern. Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen? Merkwürdig? Hm, lass mich nachdenken. Ich habe gesehen, wie Balim seine Hände in der Brauwürze gewaschen hat. Aber das ist eigentlich nicht so unerwartet. Der Gestank ist auch wie üblich. Der Gestank? Riechst du es nicht in der Nähe der Abflussrinnen? Oh, Lissi verhindert, dass die Jahreszeit wechseln kann. Ja! Riechst du es nicht? In der Nähe der Abflussrinnen zu arbeiten und schlafen hat mich gegen den Gestank. Oh Gott, steht auch falsch. Abgehärtet. Aber in den letzten paar Tagen ist es noch schlimmer als sonst gewesen. Was denkst du, ist die Ursache des Gestanks? Kannst du weitermachen mit irgendetwas? Ich kann ganz normal hier rumlaufen. Oh, wie cool! Man muss nur eine Quest machen oder im Gespräch sein. Schaut aber ziemlich ungemütlich aus hier. ja, bitermäßig. Okay, ich bin gleich fertig, denke ich mir mal. Meine Vermutung ist, dass ein Dachs unter das Haus des Kastellans gekrochen ist und dort gestorben ist. Das oder... Oder? Oder es war eine Ratte. Aber dem Gestank nach zu urteilen, müsste es eine Dachs große Ratte gewesen sein. Also hoffe ich, dass es nur ein Dachs war. Eine so große Ratte muss schon sehr lange leben. Wahrscheinlich hat die sich währenddessen Feinde gemacht, die jetzt aus dem ganzen Reich zusammengekommen, zusammenkommen würden, um ihren Kadaver als Trophäe einzusammeln. Ich möchte mich lieber nicht mit so etwas beschäftigen müssen. Das macht absolut Sinn. Ich denke, du könntest dieselben Symptome wie die anderen haben. Ich sage erst mal, das macht absolut Sinn. Ich will ihn nicht beunruhigen. Danke, man schätzt meine Ideen selten. Was die ungewöhnlichen Aktivitäten angeht, kannst du mit meinem Jungen reden, wenn du willst. Er ist ein aufmerksamer Junge und spielt normalerweise auch in diesem Teil der Stadt. Das werde ich. Okay. Yay. Schick die Probe ins Labor, ja. Warte mal, warte, warte. Alice, Alice, Mami hat ein Geschenk für dich. Kein Eichschädel. Wo ist das? Holzrägchen, da. Alice, ich habe was für dich, du kleine, süße Maus. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Da. Hey, 16% bei meinem eigenen Kind. Das hasst mich einfach. Nice Talk. Nice Talk. Da zieht sie ab. Im Essen, na, ich glaube, Essen tun sie ja alle was Unterschiedliches. Dafür ist das zugleich. Ich denke immer mal, im Brunnen, das ist am einfachsten. Du hast ja auch früher, wenn du, wenn du die Gewalt über das Wasser hattest, im Sinne von den Zufluss in eine Stadt oder sonst irgendwas, das ist ja heute noch so, dann kannst du am meisten bewirken. Das ist ja das Gefährliche daran. Da drüben ist übrigens auch ein Feuer. Ihr könnt euch auch da hinsetzen. Oder sitzen da auch schon so viele? Oha. Ja. Da gehen sie jetzt langsam hin. Ich glaube, weil hier die meisten Häuser sind, vielleicht müsste ich auf der anderen Seite nochmal eine Feuerstelle machen, dass sie da nochmal sitzen können. Das ist, glaube ich, eine Idee. Ja, werde ich gleich nochmal machen. Aber erst mal eben das ganze Erz nochmal verwenden. Hier vor Dingsen. Was? Wie heißt der? It's Belut? Okay. It's Belut. Ja, ich habe mich auch gefragt, als er eben sagte, hast du die Probe vielleicht verunreinigt? Ich meine, hat der ein Mikroskop? Kann der das so genau feststellen, dass ich das gewesen bin oder sowas? 20 Kupferbahnen konnte ich machen. Hast du schon eingeschmolzen? Ja. Gut, dann mache ich dann nochmal eben, bevor ich das vergesse, Bronze schaufeln, dass die im Grabungsschuppen weitermachen können. Der singt gerade. Hey ho, hey ho. Oh, mein Lieber Dynasty. Ich liebe dich einfach. Okay, dann können wir jetzt ein paar Bronze-Bare machen. Bronze. Okay. Okay. Dann brauche ich, glaube ich, ich nehme mal die letzten Holzstämme, die hier noch drin sind. und dann Bronze-Bare machen. Bronze-Werkzeug schaufeln. Wie viel kann ich machen? Zwei. Gut, das ist erstmal, das reicht erstmal einen Augenblick wieder. Ach, Mensch, wir haben ja schon wieder eine Neujahreszeit. Ich muss da erst mal eben gucken, abgesehen davon, dass wahrscheinlich wieder irgendwas repariert werden muss, ob irgendjemand ein Kind gekriegt hat und irgendwas unbesetzt ist. Albreda ist Mama geworden, also dann ist bestimmt irgendwas unbesetzt. Häuser reparieren mache ich gleich. Brunnen, Grabungsschuppen ist klar, das ist kein Problem. Jagd, das ist in Ordnung. Landwirtschaft, hast du, ja logisch, Gerald ist ja auch noch nicht schwanger wieder. In der Tierhaltung. Fehlt im Hühnerstall, fehlt jemand. Okay, das heißt, ich muss jetzt jemanden rausnehmen. Das mache ich am besten über Hühnerstall. Gehe auf Arbeiterzuweisen und dann gucke ich mir mal an, wer jetzt hier richtig gut. Na, richtig gut ist relativ. Der ist so unzufrieden. Der fühlt sich in der Scheune nicht wohl. Ist schon Tierzüchter. Habe ich irgendjemanden, den ich mal eben Faliborg? Gosimir. Der macht den näher. Aber der hat auch noch eine zweite drin. Itzbygnev. Den vielleicht, der mag, glaube ich, der jagt nicht gerne. Ich glaube, der ist dann eher für Tiere. Dann nehme ich ihn hier. Dann nehme ich ihn raus. Ich glaube, das Gros an Fleisch bringen sowieso wir rein, wenn wir auf Bisonjagd gehen. Ja, dann nehme ich ihn da mit rein. So, dann kann der sich um unsere Hühner kümmern. Und apropos Hühner, Henne, Henne, Hahn. Der Hahn kann schon wieder verkauft werden. So. Okay, gut. Dann reite ich mal eben zum Grabungsschuppen. Bringe die Schaufeln dahin, bevor ich das wieder vergesse. Und dann repariere ich ganz schnell hier alles durch. Und dann kann ich mit Itz Be Be Itz Be 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 Itz Be Blut Itz Be Be Blut Heißt er reden und fragen, ob der irgendwas ungewöhnlich ist. Kinder haben ja auch vielleicht manchmal ein ganz gutes Auge für solche Sachen. Die achten auf andere Dinge, auf die Erwachsene nicht so achten. Es sei denn, der geht auch schon arbeiten. Das kann ich mich ausrechnen. Nicht unsere Leute umreiten. Das Ding ist, es kann sogar sein, dass der Grabungsschuppen auch woanders funktionieren würde. Ich habe ihn ja damals nur hier hingestellt, weil ich dachte, dass er hier besser funktioniert. Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, die Turngruben. Ja. Keine Ahnung, ob der auch funktioniert, wenn keine Turngrube in der Nähe ist. Naja, die kriegen ja auch Kupfer raus, obwohl hier keine Höhle in der Nähe ist. Können die eigentlich nur Kupfer oder auch was anderes? Nee, die können glaube ich nur Kupfer. Also sowas wie Eisen oder Zinn oder sowas kriegen sie hier nicht raus. Äh, Schaufeln. Bronze Schaufeln. Zumindest meine ich das. Also ich meine, dass das bei Gewinnung, Grabungsschuppen, Zuweisung, Zuweisen bearbeiten, Zuweisen bearbeiten. Steine und Kalkstein können sie noch gewinnen. Aber Kalkstein weiß ich noch nicht mal, was wir mitmachen sollen. Ah, kann zum Verputzen von Steinwänden verwendet werden. Aber Steinwände können wir noch gar nicht. Dafür brauchen wir Kalkstein. Hey Teenie, einen wunderschönen guten Abend. Der Grabungsschuppen funktioniert überall, nur die Minen nicht. Oh, die Minen müssen tatsächlich an Höhlen stehen, oder was? Das ist schon mal gut zu wissen, weil wir ja nochmal demnächst eine aufbauen müssen. Oh, warte, da seid ihr wirklich einig. Standort für die Produktionsstätten sind komplett egal, die produzieren aus Luft und Liebe. Okay. Die Mine kann nur an Höhlen ansnappen. Okay, gut. Und ist es egal, wie weit die Höhlen weg sind? Weil das wäre jetzt auch nochmal interessant, weil so viele Höhlen haben wir bei uns nicht in der Nähe. Das Einzige wäre die Bärenhöhle und die Wolfshöhle. Das wäre nicht so witzig. Warte mal, Steinwände? Wann können wir denn Steinwände machen? Bautechnik? Steinmäuerchen, Schmuckgartenzaun. Du musst dich abkühlen, jetzt ist mir auch noch zu warm. Oh, ich schwitze schon wieder. Toll. Ich stehe im Schatten. Ähm. Okay, ich muss was leichteres anziehen. Geh mal eben nach Hause und mir einen Tanktop anziehen. Sonst schwitze ich nicht so. Ja, ja, ja. Ja, 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 Das ist egal. Ja, die Tiere sind dann aber weg, wenn ihr da in der Minebauten einen Weg hinmacht. Oh, das heißt, die Bären wären dann weg. Das ist nicht das Schlechteste. Weil die spüren uns mal bei der Bison- und Elchjagd. Weiß ich nicht, wollen wir die Bären oder die Wölfe weg haben? Die Wölfe sind mir da eh egal, weil die Wölfe jagen brauchen wir nicht. Können wir uns dann ja mal überlegen. Wir sind noch ein bisschen entfernt, bevor wir die Mine freischalten. Aber dann, das können wir uns dann gut überlegen. Also, das ist okay. Also, wenn die, wenn die Wölfe oder die Bären weg sind, kein Ding. Einfaches Leinenhemd ziehen wir, glaube ich, mal an. Dann ziehe ich die Tonika aus. Und den Stroh kann ich auch nochmal immer mitnehmen. In den Tag, Klamotten, einfaches Leinenhemd. Der Kugel mit der Pelzkapuze, den kann ich auch wegpacken. So. Ja, das ist schon besser, wenn ich jetzt noch die Strohhut aufsetze. So, perfekt. Okay, ähm, was hatte ich gesagt? Grabungsschuppen, Schaufeln, habe ich gemacht. Ja, dann könnten wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir hier noch eine Feuerstelle hinpacken. Wenn die da, bevor die da immer meckern und sagen, wie können die denn nicht alle sitzen? Und die sich nicht besser verteilen. Wir haben ja hier schon ziemlich viele Zwenke. Könnten wir eigentlich machen, ne? Ja, aber ich rede jetzt erstmal eben mit It's, 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 Bülut, Lied. Steinwände gehen von Anfang an, da musst du, wenn du den Hammer in der Hand hast, die Wand mit E anklicken, dann kannst du verschiedene Optionen auswählen. Oh. Die Tiere spawnen auch nicht mehr, weil man genug andere Gebäude in der Nähe baut. Okay. Betten kann man mittlerweile auch upgraden, wenn man E gedrückt hält. Sehr cool aus dem neuen Updates. Was? Oh, da muss ich gleich nochmal im Gucken. Aber ich muss mal eben nochmal mit dem Kind reden. Da gucke ich aber gleich nochmal. Das, das, das klingt verdammt gut. Dann sind die bestimmt auch glücklicher, wenn sie nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. Vor allen Dingen erstmal müssen wir ja bessere Betten kriegen. Wenn man die Betten verbessern kann, dann man zu. Ich will ein Himmelbett. Ein Himmelbett, okay. Ein Himmelbett mit Himmeli. Mit Himmeli heißt das. Himmeli. Warte, wo ist er denn? Bist du das? Ach, wie süß. Ho, hallo Kleiner, wie ist dein Tag? Mir ist langweilig. Ich warte schon seit dem Frühstück auf meinen Taupenfreund, aber ich glaube, er hat zu tun. Äh, ähm, 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 Vögel sind nie beschäftigt. Er mag dich wohl einfach nicht so sehr wie du ihn. Äh, ja, es wird wohl so sein. Ich werde weiter warten. Ich habe einen neuen Stock gefunden, den ich ihm zeigen will. Äh, wie auch immer, nachdem du nichts sonst so zu tun hast, könntest du ein Spiel mit mir spielen. Es heißt, verrate mir, ob in letzter Zeit irgendetwas Merkwürdiges in Piastovia passiert ist. Ich liebe Spiele. Gut, ich zuerst, ich weiß nicht. Äh, bist du sicher, du hast nichts gesehen oder gehört? Nur die üblichen gruseligen Geräusche. Was für gruselige Geräusche? Ich zeige sie dir. Man kann Geräusche zeigen, okay. Gespräch beenden. Okay, Folge It's Be Loot. Oh, mein Pferd steht ein bisschen unglücklich. Oh, kann das Kind nicht schneller gehen? Verdammt normal. Wenn das Kind fünf Jahre älter wäre, würde es schneller gehen. Okay, sprich mit ihm. Hier ist es. Was ist hier? Hör einfach zu, lausch an der Wand. Okay, untersuche Teil der Mauer in den Zwiebeln. Teil der Mauer untersuchen. Dieser Abschnitt des hölzernen Walds ist genauso uninteressant wie alle anderen. Nichts daran scheint irgendwie besonders zu sein. Halte dein Ohr an einen der feuchten Baumstämme. Du hörst absolut nichts. Nicht einmal einen kleinen Holzwurm, der sein Essen genießt, oder den Wind, der durch die Ritzen rauscht. Vollkommene Stille. Tritt von der Wand zurück, versuche durch die Ritzen. Ich gucke mal durch die Ritzen der Mauer. Alles, was du siehst, ist Holz. Und dann noch mehr Holz. In der Stadtmauer scheint kein Geheimnis verborgen zu sein. Geh weg. Hm. Sprich mit Itzpilot. Hast du es gehört? Ich habe nur still gehört. Hm. Sie schlafen bestimmt. Hm. Pass auf, Kleiner. Ich habe keine Zeit zu spielen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ach Quatsch, das funktioniert bei Kindern nicht. Schlafen? Wer schläft? Von wem redest du? Na, von den Titanen. Sie leben in unserer Mauer und sie zappeln die ganze Zeit, vor allem nachts. Daher kommen die Geräusche. Verstehe. Ich gehe jetzt so besser und rede mit deiner Mutter. Ähm. Ja, vielleicht. Gut. Hab einen tollen Tag. Ja, du auch. Sprich mit Ludumilla. Okay. Ludumilla. Ich muss das Pferd mal eben hier wegreiten. Das sieht so schrecklich aus, wie das hier steht. So, okay. Oh, wir könnten den Kräutergarten wieder plündern. Aber wir haben, glaube ich, so viele Kräuter. So, das ist schon besser. Ähm. Ludumilla. Ich habe die besten Kräuter und Tränke im Reich. Hallo. Ich bin nicht zum Handeln hier. Ich habe gehört, dass die Leute hier von seltsamen Vorkommnissen in der Stadt berichten. Ist dir irgendetwas aufgefallen? Sicher, aber das geht weder mich noch dich etwas an. Belassen wir es dabei. Verdichtig. Das kann ich nicht. Der Bader sorgt sich um die Gesundheit der Stadtbewohner. Es könnten die Symptome einer schweren Seuche sein. Ach, hör doch mit dem Unsinn auf. Niemand ist krank. Die Leute hören nachts Geräusche, weil es nachts Geräusche gibt. Du hast sie auch gehört? Also könnte sich die Krankheit doch noch weiter ausgebreitet haben. Es gibt keine Krankheit. Hört zu. Ich versuche wirklich, die Privatsphäre aller zu respektieren. Aber wenn es sein muss, ich nehme an, was die Leute nachts hören, ist Biagota, die sich amüsiert. Was meinst du damit? Ach. Die Leute im Oxbow sind so prüde. Hier sind ein paar Neuigkeiten. Manche haben Geschlechtsverkehr. Und dabei geht es nicht immer nur um Fortpflanzung. Manche versuchen gerne dieses und jenes. Und wir sollten nicht unter ihre Bettdecken herumschnüffeln. Das will ich auch gar nicht. Ich jedenfalls freue mich für Biagota. Auch wenn die Geräusche, die aus ihrem Haus kommen, etwas ungewöhnlich sind, wie ich finde. Und ich denke, eine Holzschaukel spielt dabei auch eine Rolle. Also trotzdem bin ich jedenfalls froh, dass sie sich um die Bedürfnisse ihres Körpers kümmert. Und ich kann sogar eine ganz neue Wertschätzung des Kastellans und seiner Fähigkeiten daran finden. Äh, Miro Goat ist nicht zu Hause. Er hat den Oxbow aus geschäftlichen Gründen verlassen. Ich verstehe. Nun, jetzt macht es nur noch mehr Sinn. Hm. Ich dulde keine Form des Ehebos und ich hoffe, du auch nicht lebst. Danke für deinen Beitrag. Ich muss jetzt gehen. Okay. Sprich mit Drogo, Mia. Was wird denn das jetzt für eine Quest, ja? Ach, der ist schon mehr da hinten. Das ist immer so irreführend. Gespräch. Manche sind wirklich verrückt. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Diesmal haben die Leute also wirklich den Verstand verloren. Was? Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass dieser Stadt nach Bolkus Toten der Nachfolge seines nervigen Rotzbängels nichts Schlimmeres mehr passieren könnte. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber die Gerüchte nehmen von Tag zu Tag zu. Genauso wie die Ängste der Menschen. Angeblich ist sogar Sedowin wegen der ganzen Sache unruhig geworden. Die Leute haben gesehen, wie jemand eine Probe aus dem Stadtbrunnen für ihn entnommen hat. Das war mitten in der Nacht. Ich bezweifle, dass eine Krankheit umgeht. Was denkst du, ist es dann? Vielleicht stecken die Gesetzlosen dahinter eine Art Ablenkung. Könnte sein, verfluchte Bastarde. Ich habe Miro gut gesagt, wir sollten für mehr Verstärkung sorgen. Wir könnten eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass die den Himmel berührt. Aber wofür? Eine einfache Fackel könnte sie einreißen. Wir brauchen Krieger und Waffen. Das ist wahr. Aber was haben wir stattdessen? Scheiße. So ist Miro Guts Herrschaft. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Arsch mir verbietet, sein Haus zu reparieren? Als würde ich was klauen, wenn ich es betrete. Nicht vorzustellen. Oh, da stimmt doch irgendwas hinten vorne nicht. Er ist ein Witz von einem Herrscher. Die Leute in Skauki sagen, sie schicken uns immer wieder Erze, aber ich muss trotzdem alte Werkzeuge einschmelzen, um irgendwas schmieden zu können. Wo sind unsere Lieferungen? Okay, was ist da am Magen? Was meinst du wohl? Im stinkenden Arsch des Kastellans. Entschuldigung, das steht doch. Oh, deshalb hat er den Kopf den ganzen Tag da drin. Er bewacht unsere Vorräte. Ha, so muss es sein. Gut genug geplaudert. Ich muss zurück an die Arbeit, bevor es geht, wie Unisla war. Was stimmt mit ihr dieses Mal nicht? Sagen wir einfach, dass sie wirklich wegen einer Krankheit in letzter Zeit so seltsam ist, sie hat sie ohne, sie hat sie ohne Frage. Okay, sprich mit Unisla war. Wo ist die? Oh, ein Birnenbaum. ein Birnenbaum. Teezwerg. Hi, ich bin es da, ich habe es geht dir gut. Ach, Unisla war es auf dem Markt. Querkus auch. Ja. Ich muss aber erst mal mit Unisla war reden, bevor du mit ihr handeln kannst. Ich wollte mal Danke an dich sagen, sehr gerne, wofür auch immer. Sehr gerne, Teezwerk. Ich lausche schon eine ganze Weile. Ja, kannst du auch gerne, kannst auch gerne im Lurk bleiben, ist vollkommen in Ordnung. Bist du wegen der Gerüchte und der Geräusche hier? Äh, ja, genau, was weißt du darüber? Ha, ich weiß alles, ich habe von der ganzen verdammten Masche erfahren. Endlich jemand mit ein paar Antworten, erzähl mir alles darüber. Nicht so voreilig, woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann und wie soll ich mit einem trockenen Mund Fragen beantworten? Ich weiß, bring mir eine Flasche Wein. Äh, wenn ich dir Wein bringe, wirst du mir vertrauen? Ich vertraue jedem, der mich wieder in Schwung bringt. Äh, okay, ähm, ich werde diese Entscheidung noch bereuen, aber ich komme gleich wieder. Egal welchen Wein. Ich kaufe jetzt einfach eine Flasche, weil ich nicht weiß, ob wir zu Hause noch eine haben, bevor ich zehnmal hin und her laufe. Die haben Musiker hier. Ich will eine Taverne und auch Musiker. Jetzt ist es Zeit für etwas. Oh Mann, wir müssen uns, wo ist er denn nochmal? Ach, da, so. Balen, ich brauche irgendeinen Wein von dir. Kann auch essig sein, ist mir egal. Oh, die gehen voll ab hier, die Musikanten. Der Wein, der Apfelwein kostet 210, das ist günstiger als bis jetzt. Beerenwein 90, das reicht ja wohl, oder? Das ist doch neu, oder? Ja, das ist doch neu, oder? Und ich komme nicht zum Stehen. Äh, bei mir bist du irgendwie 145 Meter entfernt und irgendwie oberhalb. Nee, ich bin eher eine Dauerschleife. Ausloggen, wie da reinkommen? Ja, ich fürchte. Die gab's schon. Oh, warte, was? Nochmal? Ja, aber... Das ist wahrscheinlich nur der Standardtext. Warte mal, ich kann sonst, bevor du rausgehst, kann ich ja nochmal eben richtig speichern. Aber ansonsten brauchst du da keinen Kopf machen, denke ich mir mal. Ich überschreibe mal unseren Specherschand. Okay, weil alle fünf Minuten wird sowieso gespeichert hier. Okay, also jetzt kannst du in jedem Fall... Das ist sehr cool, aber ich höre die das erste Mal. Also egal. Jetzt gehen hier überall die Lichter an. Die Kerze ist auch alleine angegangen. Hexerei! cool, bravo! Zugabe! Zugabe! Oh, die wechseln die Musikinstrumente. Du müsstest mich nur wieder einladen. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade so fasziniert. Freunde einladen, Querkurs. Einladung ist raus. Das ist nicht angekommen. Ist es nicht angekommen? Sag Bescheid. Ich mache einen Dauerschleife, lade ich dich jetzt praktisch ein. Geht nicht? Nein. Okay, da unten steht es. Aber? Es geht aber nicht durch. Moment, ich mache hier nochmal das zu. Ich habe hier nochmal das zu. Ich habe hier einladen, 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 einladen. Entschuldigung, guck mal, der hat gerade eine Sims-Anspielung abgelassen. Er hat geträumt, dass er irgendwie alle, wenn ich das richtig, also irgendwas mit grünen Diamanten über dem Kopf schweben haben. Warte mal, dann mache ich das nochmal eben. Ich wechsle mal eben ganz kurz einmal die Ansicht. Aber es tut mir so leid, aber ich, weißt du, Kerkus fliegt aus dem Spiel, alles voll doof und keine Ahnung was. Und ich erlebe jetzt hier gerade irgendwie meine Highlights hier wieder. Es tut mir so leid. So, warte mal. Also jetzt kann ich nochmal gucken. Ich gebe dir nochmal händisch den Code. Ich tippe ihn nochmal ab. So, das müsste richtig sein. Ja, sieht gut aus. Okay. I don't get why some people don't like the smell of fish. I could eat them all the time. Hey, hand me a fish wine and I'll give the other try. Ugh, Fischwein. Was? Sul Sul. Hat er was damit gesagt? Ich habe nur gerade das mit dem grünen Diamanten gelesen, weil ich es auf die Musik gehört hatte. Zu Fuß an nur einem Tag, das war nicht zu bezweifeln. Sims 1 war so eine gute Amal 2000. Habe ich nie gespielt. Ich hatte mal irgendwann für die PSP hatte ich mal, ähm... Hatte ich mal... Ah, du bist da. Die trinkt doch schon Wein. Oh, die Musik ist so gut. Und ist Lava. Hast du mein Alkohol? Ich glaube, du hast schon ein bisschen. Kann das sein? Eine Flasche Beerenwein. Für dich ganz alleine. Kommst du, Mama. Oh, ja, das ist gleich viel besser. Also, wo war mir? Richtig, das Geheimnis. Bereite dich darauf vor, erschüttert zu werden. Derjenige, der hinter allem steckt, ist... Trrrr... Selowin. Der Bader... Das kann nicht sein. Er ist derjenige, der mich gebeten hat, die Angelegenheit zu untersuchen. Siehst du? So gerissen ist er. Vielleicht solltest du weniger trinken. Hast du irgendwelche Beweise? Er ist ein weiterer seiner schleimigen Versuche. Er will, dass wir alle glauben, wir hätten ein Alkoholproblem. Siehst du es nicht? Das war die ganze Zeit schon sein Plan. Zuerst hatten es ein paar zwielichtige Gestalten angeheuert, um uns Dinge sehen zu lassen. Dann riechen und rühren. Aber es war nur der Anfang, was? Er schüttern? Was denn? Oh, Entschuldigung. Sorry. Ja, ja, sorry, 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 sorry. Entschuldigung. Ja, sie steht hier, trinkt Wein ohne Ende und ist halt schon angeschickert. Dann tat er etwas, damit unser Kopf jeden Morgen wehtut. Er machte unsere Sicht verschwommen und unsere Münder ständig trocken. Dieser Quark selber hat dafür gesorgt, dass ich abends gereizt bin und vergesse, wie ich nach Hause komme. Dieser Kerl ist ein wahres Monster. Äh, ich hab genug gehört. Such dir Hilfe, Frau. 220 Reputationspunkte. Untersuche das Gelände um das Haus des Kastellans. Oh mein Gott, wir sind in einem Verbrechen auf der Spur gekommen. Die Mucke ist so cool. Das ist das erste Mal, dass ich die höre. Ich hab vorher hier sonst keine Gesangsgruppe gesehen. Ach du Scheiße, wo ist denn das Haus? Ist auch noch dunkel. Ach, das war das hier. Aha. Das Größte und Schönste. Natürlich. Warte, irgendwas ist hier vorne. Miro Goats Abflussrinne untersuchen. Das wollte ich schon. Ich wollte schon immer mal Miro Goats Abflussrinne untersuchen. Beugen sie sich mal vor und husten sie. Ähm, du bleibst an der Abflussrinne stehen, die du überqueren musst, um zum Haus des Kastellans zu gelangen. Sofort füllt Gestank deine Nase. Äh, konzentriere dich auf den Geruch der Abflussrinne. Ja. Das Wasser riecht genauso schlimm wie immer. Es ist schwer zu sagen, ob sich etwas verändert hat. Tritt von der stinkenden Abflussrinne zurück. Ähm, was haben wir noch? Oh, die haben ganz schön viel Dekoration. Und die haben Betten. Also, die haben zwar sehr bodennahe Betten, aber sie haben Betten. Biagutas Obstplantage untersuchen. Wirf einen Blick auf die Obstplantage und die Töpfe. Biagutas ist nicht die beste Gärtnerin, aber hier gibt es nichts Ungewöhnliches, außer ein paar leeren Pflanzgefäßen und altem Fallobst auf dem Boden. Das ist eindeutig nicht genug, um den Unmut des Nachbarn zu erregen. Okay. Hä, was? Zweige, nee, das ist es nicht. Hier ist was. Abtritt des Kastellans untersuchen. Och, komm schon. Aus dem Abtritt dringt ein merkwürdiger Geruch. Dazu kommt das gelegentliche Grunzen aus dem Inneren, während es besetzt ist und wir haben den Übeltäter. Äh, dir wird bewusst, dass diese Beschreibung auf jeden gewöhnlichen Abtritt zutrifft und kümmerst dich nicht weiter darum. Ja, es stinkt halt. Es ist ein Klo. Willste? Ähm, okay, elf Meter, vier Meter, irgendwas in dir. Ach, das ist im Haus, glaube ich. Nee, Hausfundament untersuchen. Das Gebäude hat ein monumentales Fundament. Es wirkt, als wollte sein Bewohner seine Bedeutung und Überlegenheit damit betonen. Klopfe gegen die Mauer zwischen den Efeu-Blättern. Was soll da zu hören sein? Heuche auf Geräusche hinter den Mauern. Die Umgebung des Gebäudes wirkt sehr friedlich. Du hörst nichts außer den typischen Geräuschen der Stadt. Hör auf, das Fundament anzustarren. Okay, das war es auch nicht. Dann ist hier noch irgendwas. Ist das im Haus wahrscheinlich, ne? Ja, es könnte im Haus sein. Okay, da gehe ich nochmal rein. Sie schläft ja, was soll's. Wie unheimlich, dass ich da einfach reingehe. Rätsel gelöst. Es stinkt vom Abtritt. Ja, was, was, was? Da war eben was. Irgendwas. Da. Pflanzgefäß an der Rückseite untersuchen. Auf der... Wow. Moment. Tourististries gesellt sich mit dollen Menschen zu uns. Turi, dankeschön für den Raid. Max, Maroukos, Hannah-Sophie-Holde, Partyprinz. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream. Mit einer Woche. Ungewöhnlich. Und ich war nicht dabei. Verdammt. Birdović. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hallo, ihr Lieben. Wir spielen gerade bei Devil Dynasty. Ich spiele mit Querkus zusammen. Hallo. Hallo. Du Ristiz, was? Ach so, weil Hans das so komisch ausgesprochen hat. Bikerhorst, auch dir. Ja, ihr dürft euch gerne einen Stuhl oder einen Sofa teilnehmen und euch gerne dazu gesellen. Wir haben gerade sehr viel Spaß. Wir sind gerade dabei, eine ganz geheimnisvolle Quest zu untersuchen. Medieval Dynasty ist ja so ein wunderschön entspannendes Spiel, auch wenn es mal ein bisschen hektischer zur Sache geht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream, ihr Lieben. Und hallo für die, die mich nicht kennen. Hi, ich bin Dissi. Ich spiele jetzt heute mit Querkus, ein Mod von mir, ein sehr lieber Mensch. Und ich spiele aber auch sonst viele andere Sachen. Ich spiele RimWorld, sehr viel Fallout. Max, danke dir, den Follow. Dante, danke. Habe ich auch gesagt? Danke für den Follow. Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Und wir spielen aber auch Seven Days to Die mit Darkness Falls. Mittwochs haben wir jetzt immer Vimi-Tag, also Wimmelbild-Tag. Wir spielen alles Mögliche. Wenn ihr Fragen habt, fragt sehr, sehr gerne. Hallo, Sophie. Dankeschön für deinen Follow. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr seid herzlich eingeladen, uns hier zu begleiten. Lego Star Wars der Skywalker-Saga. Oh, das hätte ich gerne geguckt. Kann man das noch nachgucken? Ich werde dich sehen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auf der Rückseite des Gebäudes bemerkst du ein Pflanzgefäß mit einer unbekannten toten Pflanze. Sieh dir die Pflanze genauer an. Obwohl sie braun und verwelkt ist, kommt dir das, was sich in dem Pflanzgefäß befindet, vertraut vor. Die Pflanzen sind höchstwahrscheinlich dieselben wie die, die du kürzlich erst Sedowin gebracht hast. Die sind allerdings nicht mehr grün, sondern ziemlich tot. Du schließt daraus, dass der Kastellan seine eigenen Heilpflanzen anpflanzen wollte und setzt deinen Weg fort. Ist das ein Trank, das sich in einen Wehrwolf verwandelt oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Banshee, Saurus, Rex, auch dir vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, okay. Untersuche das Gelände. Eine Sache fehlt mir noch anscheinend. Tonvase mit Löwenzahn. Die kann ich einfach so nehmen. Ich kann doch nicht einfach irgendwas nehmen. Nachher bin ich... Habe ich was geklaut oder sowas? Okay, irgendwas ist noch hier. Aber was? Drei Meter. Okay. Jetzt ist es da. Ist das die Haustür? Ich finde den letzten Hinweis jetzt nicht. Das sieht auch sehr verdächtig aus. Wegen Star Wars Musik. Oh, schade. Weil ich habe Lord of the Rings auch schon gerne geguckt mit Andi und mit dir. Aber kann ich verstehen. Ist halt... Ist leider so, ja. Ja, der letzte Hinweis. Ähm, okay. Untersuche das Gelände und das vielleicht unten am Haus. Ist hier irgendwas? Ah, hier, Eingangsstufen. Eingangsstufen untersuchen. Du stehst vor Mirugoths beeindruckender Eingangstreppe. Von ihrer Spitze aus blickt der Kastellan jeden Morgen auf seine Untertanen herab. Überprüfe, ob etwas unter der Treppe auffällig hervorsticht. Abgesehen von ein paar Scherben und einer zerbrochenen Münze, die Mirugoth wahrscheinlich beim ständigen Hinauf- und Hinuntersteigen der Treppe verloren hat, gibt es hier absolut nichts Bemerkenswertes. Geh weiter. Sprich mit Biagota. Jetzt muss es ja eine Frau aufwecken. Liebe ist so sehr, Lego-Leute zu zerboxen. Es ist so albern jedes Mal, aber macht es so Spaß, ja, überhaupt diese ganzen Sachen zu zerlegen. Wegen dir hatte ich jetzt übrigens Lego Lord of the Rings angefangen. Oder wegen euch, weil ich das gesehen hatte. Und ich habe gleich mehrere Stunden am Stück tatsächlich da einmal jetzt dran gesessen. Biagota. Dies ist nun wirklich nicht der beste Zeitpunkt. Falls du hier sein solltest, um deine Steuern zu zahlen, sprich mit Derwan und bitte lass mich in Frieden. Es muss schwer sein ohne Mirugoth. Wann kommt er zurück? Besser bald, denn es ist ohne Frage zu viel für mich. Wäre das denn alles? Ich sollte mich wirklich nicht mit... Ich wollte nur fragen, ob dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Irgendwelche unangenehmen Gerüche oder volldächtigen Geräusche. Wovon redest du? Wie ich bereits sagte. Ich sollte mich wirklich nicht mit einfachen Leuten abgeben. Aber es gibt mehr und mehr Beschwerden von diesen einfachen Leuten. Und wann beschweren sie sich einmal nicht? Verzeih mir, aber ich bin wirklich erschöpft. Kann es nicht warten, bis mein Mann wieder hier ist? Aber es macht den Anschein, als läge die Quelle dieses Übels irgendwo in der Nähe eures Hauses. In der Nähe unseres... Was willst du damit sagen? Ich kann dir versichern, dass mit unserem Haus alles in Ordnung ist. Jetzt geh bitte und wage es nicht, hier weiter herumzuschleichen. Sonst wird mein Mann davon erfahren. Äh, jetzt verstehe ich, warum du einen Beruhigungstrank nötig hast. Ähm, ja, okay, ja, ja, okay. Woher... Wie kannst du es wagen? Verschwinde! Äh, genau das meinte ich. Okay. Upsi. Die ist richtig sauer. Lot of the Rings war so richtig gut. Richtiges Meme-Gameplay einfach. Ja. Ich mag auch den Humor bei den Lego-Spielen, ne? Wie du schon sagtest, wenn man die zerlegt oder sonst irgendetwas. Und, ähm, einfach der Witz dann dabei, bei der ganzen Geschichte. Das sind schöne Spiele. Sieh, Durin. Ich hatte gehofft, wir hätten mittlerweile schon eine Lösung. Gab es ein Problem mit der Wasserprobe? Meine Versuche waren erfolglos. Das Wasser ist nicht schmutziger als sonst. Das war eine falsche Spur. Was ist mit dir? Hast du etwas Neues über die Kranken in Erfahrung bringen können? Scheinbar nehmen die Symptome der Stadtbewohner in der Nähe des Hauses des Kastellahns zu. Ich habe schon oft erlebt, dass Patienten nach dem Kontakt mit bestimmten Pflanzen oder Tieren verstärkt husten, ihre Haut zu jucken oder ihre Augen zu Tränen beginnen. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, empfindlich auf ein Gebäude zu reagieren. Ich habe mich um das Haus herum umgesehen, aber dort ist nichts Ungewöhnliches, äh, dort nichts Ungewöhnliches gefunden. Nichts? Obwohl so viel darauf hingedeutet hat, das ist wirklich seltsam. Ich habe gehört, dass Pilzsporen in bestimmten Gebieten Halluzinationen hervorrufen können. Dafür wäre allerdings eine große Menge an Pilzen nötig. Was übersehen, was übersehen wir? Ich habe mich auch mit Miru Guts Frau unterhalten, aber sie hat die Unterhaltung abgebrochen, als ich das Haus erwähnte und mich fortgejagt. Das ist es! Es ist möglich, dass sie selbst unter der Krankheit leidet, aber sich weigert, es zuzugeben. Biagota will nicht schwach wirken, vor allem nicht, während sie das Haus in der Abwesenheit ihres Mannes bewacht. In jedem Fall braucht sie Hilfe. Dieses Haus muss durchsucht werden. Ähm, wie soll ich das Haus durchsuchen, während sie dort ist? Biagota wird nach deinen Erfahrungen nicht mit uns zusammenarbeiten, aber es gibt jemanden, der ihr nahesteht und uns helfen könnte. Finde Dali Vujia und frage sie, ob ihr etwas Ungewöhnliches am Haus des Kastellans aufgefallen ist. Vor nicht allzu langer Zeit hat diese junge Frau als Biagotas persönliches Dienstmädchen gearbeitet. Ich werde mit dem ehemaligen Dienstmädchen sprechen. Yay! Ich habe die Harry Potter Filme ja nie richtig gesehen, mein bisschen basiert daher auf Lego Harry Potter. Ja, aber es sind viele Anspielungen da drauf, auf jeden Fall. Mir fehlen noch mehr Lego-Niana-Jones-Spiele. Ich glaube, da wird aber nichts mehr kommen, ne? Denke ich mir einfach mal. Okay, wohnt die denn hier? Nee, die wohnt da hinten, glaube ich. Okay. Das hier müsste es sein. Wer von euch? Maru Slav? Du bist es. Dali Vujia. Hm, was kann ich für dich tun? Man hat mir gesagt, dass du für Mirugot und Biagota gearbeitet hast, stimmt das? Ja, als sie schwanger war, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Warum fragst du? Oh, ich habe gehört, dass sie einen Diener suchen und ich überlege, mich zu bewerben. Wirklich? Biagota muss also wieder schwanger sein? Das war der einzige Grund, aus dem Mirugot zugestimmt hat, mich anzustellen und selbst da nur widerwillig. Also, haben sie ein Kind verloren? Ja, und dann haben sie mich sofort weggeschickt. Haben sie dich gut behandelt? Ja, es gab nicht wirklich was zu meckern. Mirugot hatte offensichtlich was gegen mich, aber im Großen und Ganzen waren sie gut zu mir. Ich hatte die üblichen Dinge zu erledigen. Du weißt schon, Besorgung, Marktbesuche, Essen zu bereiten, aufräumen, aber ohne die Trophäen anzufassen. Was hatte es mit den Trophäen auf sich? Keine Ahnung. Mirugot war besessen von ihnen. Es war klar, dass er die Tiere nicht selbst erjagt hat. Die Schädel und Felle waren nur gekauft. Aber nun ja, manche Menschen sind seltsam. Das sind sie ganz sicher. Und da wir gerade davon reden, ist dir etwas Seltsames aufgefallen, während du dort warst? Irgendwelche verdächtigen Gerüche oder Geräusche? Ja, woher weißt du das? Sie sagten mir, die Geräusche kämen mit dem Wind, aber der Gestank war ein echtes Rätsel. Das Haus war sauber und ordentlich, also habe ich keine Ahnung, wo der herkam. Interessant. Dann hat Biagota also gelogen und das alles hat schon viel früher angefangen. Ich glaube, ich muss in diese Richtung etwas nachforschen. Solange Biagota da ist, ziemlich unmöglich. Aber für einen kleinen Gefallen kümmere ich mich um sie. Äh, einen kleinen Gefallen, sagst du? Ja, weißt du, da gibt es ein Messer, das ich in der verfallenen Mühle gesehen habe. Es ist zu weit oben für mich, aber vielleicht findest du einen Weg. Das ist eine seltsame Bitte, aber in Ordnung. Ich soll ein besonderes Messer aus Ruinen bergen, okay? Ich hoffe, sie macht da keinen Blödsinn mit. Die anderen Lego-Spieler habe ich alle schon, teilweise sogar noch Aziz. Achso, du meinst zum Sammeln? Äh, wo ist mein Pferd? Da hinten. Ich traue mich nicht, hier aus dem Brunnen zu trinken. Weil ich müsste dringend, aber ich müsste mein Charakter was trinken. Okay, das ist aber schon ein bisschen weiter weg. Ich würde eben noch ganz gerne mal eben nach der Dekoration gucken, also ob wir die Betten und die Wände verändern können, ob das irgendwas bringt. Und dann können wir auch gleich Feierabend machen. Oh mein Gott, das ist gleich elf. Das ist verrückt, ey. Also Medievalein ist die, vergeht im Flug. Ich muss eben was trinken aus unserem Brunnen. Und einen Feuerplatz wollte ich nochmal basteln, ne? Damit die nicht mehr meckern, die Leute. Dass sie nicht sitzen können bei uns. Die wollen auch nur sitzen. Oh, ähm, ich glaube, wenn das Essen rot ist, sollte man es nicht mehr trinken, ne? Äh, Essen nicht trinken, ja. Soll ich das trotzdem wieder in die Kiste machen, damit es verdorben wird? Ja, verkaufen. Ja, oder? Verkaufen? Ich verkaufe die normalerweise, ja. Oh, weißt du, die kriegen schon anscheinend durch andere Dinge hier schon Probleme, entweder wenn sie das Wasser trinken oder der Gestank oder sowas, aber dann verkaufe ich denen auch noch schlechtes Essen. Könnte natürlich auch unser Essen sein. Es könnte unser Essen sein, was wir ihnen verkaufen. Ich glaube auch. Oh Gott. Äh, na gut. Ähm, ich nehme aber trotzdem erstmal einen Topf raus. Ja, das packen wir da nicht wieder rein. Verdorbenes bringt eh nicht so viel. Ich darf jetzt bloß nicht das falsche essen. So, einmal satt. Und dann noch was trinken. Gibt auch Dünger, das Verdorbene. Aber das Verdorbene bringt nicht so viel. Also, ähm, Dung und Dünger ist halt das Beste, was du machen kannst hier. Und davon haben wir mehr als reichlich. Ja, das ist nicht das Problem. Also, wenn Quercus das sagt, bei der Menge an Feldern, die wir haben, dann soll das schon was heißen. So, warte mal. Äh, wie war das? Ähm, wenn man an die Wände geht. Da habe ich nie drauf geguckt, dekorieren. Ach so, nee, das ist das Dekorieren an sich. Pflanzgefäße aus Holz. Außen kann man das auch machen. Okay. Warte. Geht das über verputzen? Verputzen? Verputze? Ähm. Warte mal, wie geht das mit den Steinwänden? Putz entfernen? Nein. Bauen. Reparatur. Wand. Das ist Dekoration. Hm. Ach, vielleicht muss man die Sachen in der Hand haben oder sowas. Anpassen. Einfaches Bett. Stabiles Bett. Bequemes Bett. Holzstämme, Wollstoff, Leder und Federn braucht man dafür. Ähm. Okay, Wollstoff. Muss ich mal gucken, wie viel wir davon haben. Das ist natürlich nicht billig, ne? Das ist nicht billig. Nur noch das und jenes und noch andere schnelle Linien. Ja, das ist, das ist Medieval Dinos D, ne? Das ist das Problem. Und du hast hier immer was zu tun, aber trotzdem ist das wahnsinnig entspannend. Wollstoff haben wir bestimmt nicht über. Hm. Doch, 13. Ich nehme mal was raus. Ich probiere es natürlich an unseren Betten aus, ne? Was war das andere? Bretter oder sowas? Was war? Oh Mann. Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt. Ich gucke mal eben hier bei den Nachbarn. Upsi. Anpassen. Wollstoff, Stämme, Leder und Federn. Aber Federn sind ja überhaupt kein Problem. Vier. Zweiundzwanzig. Vier Holzstämme. Oh, wir haben so viel Holzstämme. Was ja nicht verkehrt ist. Zwei Leder. Leder haben wir jetzt auch 588. Und 20 Federn. Ja, Federn, wie gesagt, sind überhaupt kein Problem. War nur ein Gedanke zur Nutzung. Ja, kein Ding. Kein Ding. Solange keine Bären oder Banditen auf dich zurennen. Ja. So. Weil sich so gehört, kriegt Quercus zuerst ein. Ein bequemes. Vielleicht schaffe ich das sogar für uns beide. Okay. Frieda, Milan und... Oh, Milan redet mit deiner Frau. Aber Frieda steht dabei. Kann ich noch eins machen? Frieda kann noch so lange auf dem anderen schlafen, denke ich mir mal. Wow. Okay. Habe ich noch mehr? Nein. Ein Holzstamm fehlt mir. Ich habe euch schon mal ein schönes Ehebett gebaut. Ein bequemes Bett habe ich euch gebaut. Das Einzige, was merkwürdig ist... Ich weiß gar nicht, sind die früher wirklich so gewesen? Ich meine, das muss ja einen Grund haben, dass man die so gemacht hat. Oder ist das einfacher? Weil die sind sehr flach, ne? Die liegen... Also die haben... Du fällst da praktisch rein in das Bett. Falsches Bett. Okay. So. Cool. Die Frage ist, ob die dann wirklich zufriedener sind. Wir könnten das austesten, indem wir einfach mal... Wer ist denn so richtig unglücklich hier? Sehr richtig unglücklich. Hier, Chabor zum Beispiel. Chabor hat 15% Stimmung. Der wohnt, glaube ich, in einem von den neuen Häusern. Und wenn ich ihm da... Wenn ich ihm das Bett schön mache, wird dann die Laune besser, ist die Frage. Da können wir es mal direkt ausprobieren. Er hat jetzt 15%. Ich muss nur gucken, wo er wohnt. Das muss eins von... Ich glaube, eins von den beiden Häusern müsste das sein. Chabor. Perfekt. Und Mirogeneva ist auch nicht so gut drauf. Oh, und ich sehe gerade, dass die Häuser repariert werden müssen. Jetzt fehlt mir... Jetzt fehlen mir Federn. Wirklich. Das schreibe ich mir aber auf jeden Fall mal auf. Das möchte ich gerne austesten, ob das irgendwas bringt. Und dass die bessere Laune haben. Federn. Die kriegen jetzt ein bequemes Bett. Und er hat, glaube ich, 15%. Und sie hat... Chabor. Ich schreibe mir das mal auf. Und dann wollen wir mal gucken, ob er jetzt bessere Laune bekommt. Chabor. Und Mirogeneva heißt die, glaube ich. Mirogeneva. Sie hat 17%. Laune. Und er hat 15%. Okay, aber bevor wir jetzt... Ich muss eben nochmal die Häuser reparieren. Es tut mir so leid, Quercus, ich beeile mich. Ich halte dich auf. Weil da kriegen die wirklich schlechte Laune, wenn ihre Häuser kaputt sind. Jetzt fehlen mir Stöcke. Das sind Dinge, die mir normalerweise nie ausgehen. Stöcke und, 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 und. Alles andere. Okay, was ist noch kaputt? Da ist was kaputt. Haben wir noch mehr kaputte Häuser? Ja. Das Problem ist nur, ich weiß nie, wo die stehen. Das könnte eins aus der Siedlung da drüben sein. Die ist nicht so range. Da auch nicht. Ah, da. Zwei Wände. Stock. Okay. Ah, du bist gerade drin. Nö. Alles gut. Alles gut. Ich wollte nur gucken, ob ich alle Häuser jetzt repariert habe. Aber die Häuser... Nee, da ist immer noch eins. Eins von den größeren müsste das sein. Das ist immer so schlecht zu erkennen. Dann ist vielleicht eins von denen, die hier vorne stehen. Ich sehe nicht so Ranges gerade. Das ist verrückt. Sie zu Brütteln. Ja, genau. Hatte ich auch... Ist schon besser geworden, oder? Oder meinst du, war das jetzt nur eine Gedächtnisstütze? Da ist ein Dach vom Hühnerstall kaputt. Oh, das ist bei euch, das Haus. Oh, so. Oh, es fehlt Stroh. Natürlich fehlt genau das, was ich jetzt nicht im Inventar habe. Deswegen haben meine Häuser alle Namen, wo in der App sie stehen. A1, A2 und so weiter. Dann B1 und B2. Ah, okay. Ja, das ist auch eine Idee, die umzubenennen. Vielleicht haben wir ja irgendwann... Ich meine, letztes Mal hast du mein Dach kaputt gemacht. Fällt mir gerade so ein. Ich meine, dann kann es auch mal passieren, dass dein Dach kaputt ist. Solange bei mir in der Nähe keine Bäume mehr fällt, ist es in Ordnung. Ihr braucht Straßennamen und Hausnummern. Ja, das stimmt. Mhm. Oh, das wäre eine Idee. Wir müssten ja sowieso nochmal weiter diese Kieswege legen, die du machen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, außer vielleicht Dekoration oder sowas. Dach um Dach, Zaun um Zaun. Wer will fleißige Handwerker sehen? Ja. Wo komme ich da ran? Sonst kann ich das auch von drinnen, glaube ich, machen, ne? Ja. So. Noch irgendwas, was kaputt ist? Die Häuser sind jetzt alle repariert. Ähm. Der Brunnen ist nicht besetzt. Das ist okay. Ich glaube, mir ist gerade zu warm oder mein Charakter ist zu warm. Da steht immer noch keine Tiere, was doof ist. Oh, wow. 60 kostet einer. Okay. Schmiede umbesetzt. Das ist auch in Ordnung. Ne, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, wir können bis nächste Woche unsere Leute alleine lassen. Könnte klappen. Mhm. Super. Ja, dann können wir jetzt Feierabend machen. Nur Deko, aber ich mache es trotzdem immer. Warte mal, ach, du meinst Zaun. Ja, das stimmt. Aber Zäune kosten jetzt auch gerade sehr viel. Ich muss mal überlegen, wie wir das dann machen werden. So, beim nächsten Mal müsste ich dann nochmal, müssten wir Wege machen. Ach so, die Wege. Ja, okay. Das stimmt. Aber es sieht trotzdem nett aus. Und die Zäune fände ich auch nochmal ganz gut. Wege machen. Alles klar, saß, schlaf, schön, gute Nacht. Okay, wir haben inzwischen, haben wir auch alle Häuser belegt. Und ich würde sagen, das sollte erstmal reichen, weil Gott sei Dank werden die zu unterschiedlichen Zeiten schwanger. Das müsste eigentlich erstmal klappen. Wie viele Schwangere haben wir denn jetzt gerade? Wir haben eins, zwei, drei, vier. Immer noch vier Schwangere. Das kann sein, dass sie in der nächsten Jahreszeit dann ausfallen. Aber das sehe ich dann ja, wenn irgendwo was fehlt. Ja, ich glaube, das kann man machen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, alles gut. Alles gut? Okay, gut. Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause, ich auch. Dann hast du das Bett gesehen? Ja. Cool, oder? Aber ein bisschen niedrig. Also, wenn du Rücken hast, hast du ein Problem. Ja. Kostet aber eben halt auch ein bisschen, ne? So, dann speichere ich einmal ab. Kerkus Lissi, einmal überschreiben. Sehr schön. So, jetzt haben wir die beiden und den. Gut. Dann einmal ins Hauptmenü. Aber ich finde, wir haben eine Menge heute wieder geschafft. Also, wir haben Leder und Fleisch besorgt. Wir haben die Quest weitergemacht. Wir haben noch mehr Leute dazu bekommen. Wir haben eine neue Jagdhütte. Das ist schon eine Menge. Das verrat du dir auch, eine gute Nacht. Selber, gute Nacht. Kerkus, gute Nacht. Ich gucke mal, ob ich euch noch irgendwo hin begleiten kann, wer noch da ist. So, ihr wundervollen Menschen. Morgen, kleiner Programmwechsel, hatte ich ja schon gesagt. Stand aber auch schon im Plan so drin bei Twitch. Morgen wollte ich ganz gerne in No Man's Sky mal wieder reingucken und schauen, ob ich da jetzt wieder mit klarkomme, dass ich endlich mal weitermache mit der Quest und endlich mal mir auch die neuen Inhalte angucken kann. Und ansonsten, wer ist denn noch da? Wer ist denn noch da? Lass mal schauen. Und was würde passen? Medieval Dynasty ist ja auch ein bisschen was Ruhigeres. Das wäre ungünstig. Wie wäre es mit Norland? Ich könnte euch zu Collins rüberschicken. Norland, obwohl Norland ist noch nicht entspannt, aber das ist, zum Zugucken ist das, glaube ich, in Ordnung. Dann schicke ich euch zu Collins rüber. Okay. Nee, nicht Raid. Nee, nicht Road, sondern Raid. Raid, Collins. Gut. Also morgen um 18 Uhr No Man's Sky. Damit geht es weiter. Medieval Dynasty gibt es dann nächste Woche am Donnerstag wieder. Infi spielt Sunhaven. Aber zu Infi sind wir ja gestern schon gegangen. Ich bin echt froh, die GOG-Version hat keine Werbung im Menü. Okay. Ich habe jetzt auch schon den Raid zu Collins auf den Weg gebracht. Oh stimmt, Infi spielt Sunhaven. Aber da sind wir ja gestern schon übergegangen. Dann gehen wir jetzt heute zu Collins. Der spielt Norland. Das ist ja auch irgendwie, das ist, glaube ich, so Rimworld ähnlich. Wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein bisschen problematisch. Also ein bisschen mit niedlicher Grafik, aber nicht zu unterschätzen, das Spiel, glaube ich. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Dankeschön, dass ihr uns begleitet habt. Und danke nochmal an dich, Quercus. Und dann hoffentlich bis morgen oder bis Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wieder. Macht's gut. Und habt eine gute Nacht, schlaft schön und lasst liebe Grüße bei Collins da. Macht's gut. Oranos, du auch. Schlaf schön. Gute Nacht. Und dann geht's gut. Vielen Dank.